Mein Buch »Ein gutes Leben« wurde jetzt als Hörbuch veröffentlicht, gesprochen von Madame Javi und geschrieben von mir. Ihr findet es auf vielen Plattformen wie Deezer, Spotify und vielen weiteren. Unten findet ihr den Spotify-Link, aber ihr könnt ruhig auf eurer Plattform schauen und einfach »Ein gutes Leben«, Madame Javi eingeben und höchstwahrscheinlich werdet ihr es finden. Ich will dir ein Angebot machen, eines, welches dein Leben verändern wird. Und glaub mir, wenn ich das sage, dann ist das nicht nur dieses Marketing-Gelaber, was du überall hörst. Ich bin Teil eines Konzepts, eines Systems. Keine Ahnung, wer das System erfunden hat oder wo es herkommt, aber es funktioniert. Und ich denke, du bist ein weiterer, perfekter Kandidat. Wie das Ganze funktioniert? Nun ja, es ist eigentlich total einfach. Du unterschreibst hier und dann hast du zehn Tage Zeit, zwei Leute dazu zu bringen, auch einen Vertrag wie diesen zu unterzeichnen. Wenn du es in der Zeit schaffst, was nicht so schwierig ist, großartig. Die zwei werden dann wiederum jeweils zwei Leute fragen und so weiter. Das Tolle ist, an diesem Punkt kannst du gar nicht mehr verlieren und du wirst laufend Geld bekommen. Und du musst mir nicht einmal irgendwie Geld geben oder so. Es gibt keine Eintrittsgebühr oder sowas. Wie das funktioniert, fragst du dich wahrscheinlich an dieser Stelle. Also alle, die keine zwei unterschriebenen Verträge schaffen, sterben. Keine Ahnung, wie das genau passiert. Es gibt jetzt keine Auftragsmörder, aber es passiert. So viel steht fest. Wie auch immer. Jedenfalls das Geld, was diese Leute besitzen und ihr ganzer Besitz wird aufgeteilt auf die, die davor in der Kette stehen. Und zwar komplett gleich. Wenn du zum Beispiel Nummer zehn in der Kette bist und direkt der erste stirbt, bekommst du zehn Prozent von seinem Erbe, so wie jeder andere Teil in der Kette auch. So kannst du zum Teil richtig schnell viel Geld machen. Wenn du jetzt von der richtig dreckigen Sorte bist, überlegst du vielleicht Nummer elf einfach an ihrem Auftrag zu hindern. Und soweit ich weiß, funktioniert das auch. Aber denk mal nach. Nummer elf fragt zwei Leute, die fragen zwei, die fragen wieder zwei und dann fangen die Leute nach und nach an zu sterben. Du wirst mit Geduld viel mehr und vor allem regelmäßiger Geld verdienen. Das Geld wird dir im Übrigen in den Briefkasten gelegt. Also auch steuerlich musst du dir nicht unbedingt Sorgen machen. Du zweifelst ein bisschen. Du kennst diese Art von Systemen, stimmt's? Ja, das ist ein Schneeballsystem. Irgendwann werden die Leute ganz unten niemanden mehr finden, der das macht und nacheinander sterben. Aber du hast jetzt die Chance einzusteigen. Du hast jetzt die Chance, dein Leben zu verändern. Später sind die Gewinne nur noch ein Witz. Überlegst du noch? Du bist nicht der Einzige, dem ich dieses Angebot mache. Und wenn ich zwei Leute habe, kannst du dich natürlich auch an die wenden, aber du wirst Geld verlieren, weil du später in der Kette platziert bist. Und du hast wenige Auswahl. Und bedenke, Leute können dich auch zu einer Unterschrift zwängen. Jetzt hast du es noch in der Hand. Jetzt kannst du dich nicht nur schützen, sondern auch gewinnen. Also, was denkst du? Tom ist nicht zufrieden mit seinem Leben. Viel zu oft stellen sich ihm Probleme in den Weg. Viel zu oft passieren Dinge, die er nicht kontrollieren kann, die ihn fertig machen. Das Leben ist nicht fair und ganz besonders unfair ist es zu Tom. Und das Schlimmste ist, er weiß nicht warum. Warum? Warum er? Warum, 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 warum? Es gibt einen Dienst in der Stadt. Eine Agentur, die Probleme beseitigt. Nicht nur finanziell wie ein Schuldenberater oder charakterlich wie ein Persönlichkeitscoach, sondern umfassend. Glitzernde Slogans laden ein und auch Freunde, nun ja eigentlich Bekannte, berichten nur das Beste. Doch der Dienst ist teuer. So teuer, dass jeder Fall einzeln verhandelt wird. Aber es muss sein. Tom betritt ein leuchtendes Gebäude. Schnell wird er weitergeleitet und sieht sich einer Dreiergruppe von Männern entgegen. Schauen wir uns das mal an, sagt der eine. Wir machen das schon, meint der ganz rechts und der dritte, der mittlere, schweigt und starrt. Tom erklärt, was seine Probleme sind. Tom erklärt und erklärt und erklärt. Hm, da ging schon eine Menge schief, sagte einer. Nun, das ist wohl ein besonderer Fall, meint er ganz rechts. Nach Stunden wird ein Scheck unterschrieben und Tom wird herausgeschickt. Die Herren beraten sich. Tom sitzt in einem angenehmen Warteraum und ein Klavier schält sich aus den Lautsprechern. Die Zeit fließt ins Leere und Tom ist zufrieden. Er fühlt sich in guten Händen. Irgendwann holt der linke Mann Tom wieder herein und sie erklären ihm, dass sie das Problem gefunden haben. Tom lächelt, weil er jetzt Gewissheit hat. Tom lächelt noch, als die Herren links und rechts den Raum verlassen haben. Tom lächelt auch, als der mittlere Mann eine Spritze zückt und ihn in den Arm jagt. Tom lächelt. Danke. Tom stirbt. Dean kontrollierte in einem Autospiegel noch einmal seine Haare. Er wollte anständig aussehen, wenn er seinen Großvater besuchte. Bei der Rezeption des Altenheims grüßte er wie immer. Dean war bekannt. Er kam jeden Samstag, immer um dieselbe Zeit. Von zu Hause hatte er frisches Bananenbrot mitgebracht, das sein Großvater so liebte. Er nahm die Treppe, denn das Zimmer seines Großvaters war schon im zweiten Stock. Zimmer 29. Dean klopfte und trat keinen halben Gedanken später ein. Schockiert ließ er das Bananenbrot fallen, als er sah, dass ein Pfleger mit einem Messer immer wieder in die Brust seines Großvaters stach. Dean sprang auf den Pfleger zu und riss ihn zu Boden. Er hat das Testament noch nicht geändert. Du solltest es nächsten Samstag machen. Danke, Dr. Klein, sagt Melanie. Frau Ritter, das ist doch meine Arbeit. Der Doktor streicht Lana, Melanies Tochter, durch die Haare. Aber seien Sie vorsichtig. Natürlich. Melanie verlässt mit Lana das Krankenhaus. Die Physiotherapie hat gut angeschlagen. Lana wird bald nicht mal mehr die Krücken brauchen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme hatte der Doktor gemeint. Melanie hilft Lana in den Wagen. Sechs Monate sind sie hierher gefahren, seit dem Tag, als Melanies Ex-Mann Lana im Sofa verprügelt hatte und dann verschwunden war. Ein halbes Jahr. Die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Sie fahren den bekannten Weg entlang, die bunten Häuser an der Promenade. Mittlerweile kann Melanie den Weg sicher im Schlaf fahren. Zu Hause angekommen, hilft Melanie Lana aus dem Wagen und sie gehen in das Häuschen. Melanie macht Abendessen und bringt Lana danach ins Bett. Danach legt sie sich selbst hin. Am nächsten Morgen klingelt der Wecker wie üblich um 8 Uhr. Sie hat vergessen, ihn auszustellen. Normalerweise würde sie bald losfahren zu den Ärzten. Aber heute nicht. Melanie wird kalt. Ein unbestimmtes Gefühl kriecht langsam in sie herein. Sie denkt an die netten Worte, die Dr. Klein immer für sie übrig hatte. Denkt an die netten Schwestern und sie spürt, wie ein leerer Alltag über sie hereinbricht. Sie denkt an ihren Ex-Mann. Die Leere und Kälte war durch Routine und nette Worte gefüllt worden, doch jetzt bleibt davon nichts mehr. Sie richtet sich auf und geht in Lanas Zimmer. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Wie ist das passiert? Heute Morgen ist sie plötzlich hingefallen. Das wirft uns um Monate zurück. Wir müssen wieder mit der Physiotherapie anfangen. Wie lange diesmal? Schwer zu sagen. Vier Monate? Vielleicht fünf? Wir werden uns so gut es geht um Lana kümmern, damit es ihr bald wieder besser geht. Danke, Dr. Klein. Der 23.09.2014 Ich erinnere mich gut an diesen Tag. Ich bin zur Arbeit gegangen, meinen Vorschlag bezüglich eines neuen Programms in der Tasche. Über mehrere Wochen hinweg hatte ich ihn ausgearbeitet und war mir sicher, damit schnell aufsteigen zu können. Doch an diesem Tag war mir Alexander zuvor gekommen. Er hatte meine Idee geklaut, sie als seine eigene ausgegeben und kam so an meiner Stadt nach oben. Ich weiß nicht, wie er an meine Unterlagen gekommen ist. Ich glaube, er hat meinen Schreibtisch während der Überstunden durchsucht. Mein Vorschlag würde vieles an der Firma vereinfachen und verbessern. Ich war mir meiner Sache so sicher gewesen, dass ich mir sogar einen neuen Wagen kaufen wollte und ihn mir schon ausgesucht hatte. Ein Neuwagen. Ich hätte mich kurz verschulden müssen, aber mit dem Aufstieg wäre das gar kein Problem gewesen. Aber Alexander kam mir zuvor. Ich hasste diesen Typen. Vor allem, weil ich genau wusste, dass ich da nichts tun konnte. Ich würde nur als Kollegenschwein dastehen. Er mag ja die fertige Präsentation und ich vielleicht nur dieselbe Idee gehabt haben, aber im Innern, da wusste ich, dass er meine Idee geklaut hatte. Den Wagen konnte ich mir natürlich dann nicht mehr leisten. Trotzdem brauchte ich unbedingt einen Wagen, da mein Alter nicht mehr durch den TÜV kam. So ging ich zum nächsten Autohändler in der Stadt, suchte einen guten Gebrauchtwagen zu einem akzeptablen Preis. Für das Geld kriegt man nicht viel. Tut mir leid. Nein, da haben wir nichts da. Würde mich auch wundern, wenn man überhaupt irgendetwas findet für das bisschen Geld. Wirklich gar nichts? Nein, gar nichts. Ich durchstöberte das Internet nach Anzeigen und wurde tatsächlich fündig. Ein älterer Wagen, aber in einem guten Zustand zu einem wirklich akzeptablen Preis. Am nächsten Tag fuhr ich direkt zu dem Mann, welcher die Anzeige aufgegeben hatte und klingelte zur vereinbarten Zeit. Es war eine dieser auswechselbaren Vorstadtgegenden, geplant und arrangiert. Ein Mann in den besten Jahren im Rollstuhl kam zu der Tür und öffnete sie. Er lächelte. Sind Sie wegen der Anzeige hier? Ich nickte. Der Wagen, ist der in der Garage? Fragte ich. Ja, einen Moment. Ich trat zur Seite, damit er aus der Türe und in Richtung Garage rollen konnte. Mit einer Fernbedienung ließ er das Garagentor nach oben fahren und dann konnte ich auch schon den Wagen sehen. Der Wagen sah gut aus. Ein älteres Modell, sicher schon 20 oder 30 Jahre alt. Möchten Sie mal fahren? Fragte der Mann lächelnd, mein Blick anscheinend richtig deutend. Gerne, ich würde ihn gerne ausprobieren. Er drückte mir die Autoschlüssel in die Hand. Dann fahren Sie mal, ich warte hier. Bis gleich, bin in fünf Minuten wieder da. Ich stieg in den Wagen und startete den Motor, der mit einem wohligen Brummen ansprang. Vorsichtig fuhr ich die Einfahrt hinunter und einmal um den Block. Es war ein guter Wagen. Eine Art Oldtimer, ein Großväterchen, das die Zeit überdauert hatte. Ich kannte mich zwar überhaupt nicht damit aus, aber selbst ich sah, dass er einiges mehr wert war, als er dafür verlangte. Er fuhr sich gut und die Ledersitze fühlten sich klasse an. Er war sauber, alles war in gutem Zustand. Nach fünf Minuten kam ich wieder und besprach alles weitere mit dem Mann. Wenn Sie ihn jetzt kaufen, kriegen Sie ihn 200 Euro billiger. Ich mache Ihnen einen Freundschaftspreis. Kann ich Ihnen das Geld direkt geben oder möchten Sie einen Scheck? Wie Sie wollen. Ich zog das Geld aus meiner Brieftasche und fuhr den Wagen begeistert nach Hause. Damit hatte ich wirklich ein Schnäppchen gemacht. Am nächsten Tag auf der Arbeit fuhr ich auf den Firmenparkplatz. Morgen. Sagte Alexander, der gerade an mir vorbeiging, dass er die Dreistigkeit besaß, mich überhaupt noch anzusprechen. Woher hast du diesen klasse Wagen? Der sieht ja großartig aus. Du verkaufst ihn noch nicht zufällig, oder? Nein, den verkaufe ich nicht, sagte ich trocken. Es fiel mir schwer, ihn nicht zu beleidigen, aber ich blieb ruhig. Der Wagen war gigantisch. Irgendwie freute mich das und so ging ich mit einem guten Gefühl zur Arbeit. So ging es noch einige Monate weiter und der Wagen leistete gute Dienste. Die Arbeit nervte mich zwar, aber ich zog es durch. Es half ja nichts, auch wenn ich Alexander neidisch beobachtete. Ich sollte an seiner Stelle sein. Diese und andere Gedanken passierten immer wieder meinen Kopf. Ein paar Monate später wurde unsere Firma an eine andere Firma verkauft und wegen der Umlegung wurden viele Stellen gestrichen. Ja, auch mein Arbeitsplatz war damit futsch. Natürlich nicht der von Alexander. Ich hatte mich eigentlich schon an die Ungerechtigkeit gewöhnt, aber dann brach es wieder in mir hervor. Ich war wütend. Das war nicht fair. Das war einfach nicht fair. Ich entschied mich, von einem Teil meiner Ersparnisse einfach mal Urlaub zu machen. Ich hatte es mir verdient. Einfach ein bisschen weg an die Nordsee. Die Seele baumeln lassen. Der Wagen hatte bisher großartige Dienste geleistet, weswegen ich mich entschied, mit ihm dorthin zu fahren. Die Fahrt ging lang, sodass ich beschloss, auf halber Strecke in einem rustikalen Hotel Pause zu machen und am nächsten Tag weiterzufahren. Es war ein einfaches Hotel, aber die Betten waren weich und das Frühstück reichhaltig. Danach fiel die Fahrt etwas leichter. Ich wollte gerade auf die Autobahn abbiegen, nachdem ich mir Mittagessen in Winkelstedts geholt hatte, als ich eine junge Frau sah, die per Anhalter mitfahren wollte, den berüchtigten Daumen hoch in die Luft gestreckt. Wo fahren Sie hin? Richtung Weidenbach. Kann ich mitfahren? Ich müsste im Kussmaltal raus. Das müsste auf der Strecke liegen. Klar, wenn du willst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich erwartet hatte, aber insgeheim, da hatte ich mir mehr oft. Naja, dumme Gedanken. Wir unterhielten uns über dies und das und sie erzählte mir, dass sie Kerstin hieß und mittlerweile im fünften Semester Materialsemiotik studierte, allerdings eine Prüfung immer und immer wieder vermasselte. Ich weiß nicht. Immer wieder sitze ich einfach dann da und Blackout. Alles Gelernte vergessen. Naja, wo kommst du her? Wo geht's hin? Aus Heidelberg. Fahr zur Nordsee. Einfach so? Oder gibt's einen speziellen Grund? Einen Moment überlegte ich, was ich sagen sollte. Ach, Urlaub. Einfach mal weg von allem. Einfach mal... mal frei. Und wo willst du hin? Meine Großmutter besuchen. Hab sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich kann... Bevor sie den Satz beenden konnte, brach sie ab. Ich sah zu ihr herüber, sah ihre entsetzt geweihteten Augen und dann sah ich, dass ein Auto uns plötzlich seitlich reinfuhr. Ein lautes Krachen durchzuckte meinen ganzen Körper. Entsetzen. Zeitraffer. Bewusstlosigkeit. Ich bin erst später im Krankenhaus aufgewacht, hatte mich am Kopf verletzt und war direkt ohnmächtig geworden. Der Arzt, der mit mir die Tests machte, war ein junger Mann, wahrscheinlich nicht einmal 30. Sie können nach Hause, Herr... Er blätterte in seinem Notizbuch. Herr Lageret, bei Ihnen ist alles wieder in Ordnung. Was ist mit Kerstin? Sie hat es nicht so gut erwischt. Sie liegt im Koma und es sieht nicht besonders gut aus. Aber... Sie hatten sehr großes Glück, Herr Lageret. Kann ich... muss ich... Nein. Die Familie ist verständigt und an ihnen lag es ja nicht. Ein Typ, der mehr Medikamente geschluckt hat, als man sollte, ist in ihr Auto reingefahren. Sie fahren nach Hause. Ihr Wagen steht auch zu Hause. Wir haben ihn dort hinbringen lassen. Okay. Danke für alles. Ein Polizist sprach später noch mit mir, allerdings war schnell klar, dass ich nichts zu befürchten hatte. Ich fuhr mit dem Zug nach Hause. Jetzt ging es mir noch viel schlechter. Ich fühlte mich schuldig, fühlte mich leer. In gewisser Weise war ich überrascht, fast schockiert, meinen Wagen wiederzusehen in einem einwandfreien Zustand. Wie war das möglich? Ich wusste, dass ich zwar sicher irgendwann wieder mit einem Auto fahren könnte, doch nicht mehr mit diesem Wagen. Wenn ich auch nur in seine Nähe ging, bekam ich schwitzige Hände und mein Herz schlug schneller. Ich gab eine kleine Kontaktanzeige für ihn auf und wenige Tage später kam auch ein Interessent vorbei und kaufte den Wagen direkt. Später am Nachmittag klingelte es wieder. Es war der Verkäufer, von dem ich den Wagen gekauft hatte. Haben Sie den Wagen noch? Haben Sie ihn noch? Ich? Nein. Nein, ich habe ihn verkauft. Er schüttelte den Kopf, drehte sich mit seinem Rollstuhl um und fuhr außer Sicht weiter. Was sollte das denn? Es verwirrte mich. Er hatte so etwas in den Augen gehabt, so einen seltsamen Ausdruck, wie ich ihn vorher noch nie gesehen hatte. Irgendwie ließ mich das nicht los und ich suchte nach der Geschichte des Wagens über verschiedene Anhaltspunkte und dann erstarrte ich. Der Wagen war nicht nur einmal in einen Unfall verwickelt worden, sondern einige Male. Oft schwere Unfälle, manchmal sogar tödlich. Mit diesem Wagen standen über 15 Unfälle in Verbindung. Immer dann, wenn der Wagen zu lange fuhr, auf Autobahnen, auf dem Weg in den Urlaub oder sonstiges. Mir wurde klar, dass ich den Wagen unbedingt zurückholen musste. Ich rief bei dem Käufer an und versprach ihm 500 Euro obendrauf, wenn er mir den Wagen heute zurückgeben würde. Er akzeptierte und nur wenig später stand das Auto wieder in meiner Einfahrt. Ich war erleichtert und wartete erst einmal ab. Ich wusste nicht, was ich mit dem Wagen tun sollte, aber ich war zu der festen Überzeugung gelangt, dass er in irgendeiner Weise verflucht war oder so etwas in der Art. Und dann kam mir ein Gedanke. Ich tippte eine Nummer in mein Telefon. Hey, hey Alexander, weißt du noch mein neuer Wagen? Klar, was ist damit? Du fandest den ja ganz gut. Wenn du willst, verkaufe ich ihn dir zu einem Freundschaftspreis. Tatsächlich? Ich wollte gerade in den Urlaub fahren. Das passt perfekt. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Entschuldigen Sie meine 5 Minuten Verspätung, sagte der Arzt. Es waren 6 Minuten und 3 Sekunden, aber ich sagte nichts. Also, wo drückt denn der Schuh? Ich hab zu viel Zeit. Er legte seine Stirn in Falten. Sie kommen hierher, um ihre Zeit zu verbringen? Sind Sie nicht etwas jung dafür? Nein, ich kann Zeit genau bestimmen. Quasi eine Uhr im Kopf, aber sie funktioniert nicht mehr richtig. Ich erzählte ihm, dass ich, seit ich klein war, immer genau wusste, wie viel Zeit an einem Tag vergangen war. Ganz ohne Uhr. Und jetzt? 35 Sekunden zu viel gestern. Am Tag davor 17 Sekunden zu viel. Ich hatte es erst gestern bemerkt, nachdem ich meinen Sohn zu meiner Exfrau gebracht hatte. Wie lange es genau ging, wusste ich nicht. Irgendwann am Wochenende musste sich etwas geändert haben. War es eine Art Erkältung, die noch nicht ausgebrochen war? Ich hatte ja die ganze Zeit mit ihm zu Hause verbracht, und Kinder hatten häufig Krankheiten. Aber bisher hatte eine Krankheit nie Einfluss auf diese Fähigkeit gehabt. Nach einiger Ratlosigkeit schickte mich der Arzt weg, aber empfahl mir davor, eine Uhr zu kaufen. Uhr im Kopf. Kein bekanntes Phänomen. Eine Uhr also. Ich hatte nie eine Uhr gebraucht, aber ich würde mir eine holen. Ich war kein Uhrmacher, auch wenn das nahe lag, sondern investierte in diverse Unternehmen. Nicht, dass ich es nicht probiert hätte. Du kannst deine Uhr extrem genau stimmen, aber eine minimale Kulanz muss man in Kauf nehmen. Nicht die körperlichen Fähigkeiten zu besitzen, es ganz genau zu machen, machte mich rasend. Der Uhrladen war eine Katastrophe. Als ich eine Uhr entdeckte, die ganze drei Sekunden nachging, wollte ich schon gehen, aber ich wurde angesprochen. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche eine Uhr. Er grinste. Das hörte er wohl öfter. Sie muss zu 100% genau sein. Eine Funkuhr. Ist in Ordnung, aber ohne Kulanz. Die Kulanz beträgt im Schnitt einige Millisekunden. Das ist, denke ich, doch verschmerzbar. Ich schüttelte den Kopf. Seine Gedanken schienen mir plötzlich offen zu liegen. Nach längerem Hin und Her empfahl er mir eine Uhr, die als extrem genau galt, und die Millisekunden, die sie daneben lag, waren nicht einmal zweistellig. Schließlich kaufte ich sie und ging nach Hause. Meine karge Zwei-Zimmer-Wohnung. Mehr war nach den Alimenten nicht drin gewesen. Als ich ins Wohnzimmer trat, stolperte ich über ein Spielzeugauto meines Sohnes. Ich hatte wohl vergessen, es wegzuräumen. Ich legte es auf den Esstisch und setzte mich auf die Couch. Ich starrte auf die Funkuhr, sah, wie sich in gleichen Abständen die Zahlen änderten. Acht Sekunden zu wenig. Es machte mich verrückt. Ich verließ das Haus, um den Kopf frei zu bekommen, und warf die Uhr in den nächsten Mülleimer. Es half ein wenig, an der frischen Luft zu sein. Ich überlegte, was ich tun könnte. Abstellen konnte ich es ja nicht. Es irritierte mich nur dauerhaft. Ich ging in das nächstgelegene Internetcafé. Die Anzeige der Atomuhr hatte ich noch nicht betrachtet. Ich suchte kurz noch eine Website und wurde schnell fündig. 17,326 Sekunden zu viel in meinem Kopf. Das konnte doch nicht wahr sein. Ich stand auf und ging zu dem gelangweilt aussehenden jungen Mann, der die Kasse verwaltete. Computer 4. Das macht dann 2 Euro. Ich war keine 5 Minuten dran. 2 Euro ist der Preis pro angefangene Stunde. Sagte der Mann. Ich wollte nicht diskutieren und gab ihm das Geld. Ich ging nach Hause und blich immer wieder Uhren mit meiner Kopfzeit ab. Bisher passierte nichts. Keine weitere Extrasekunde. Doch gegen 23 Uhr begann es. 2 Sekunden extra. Die Zeit auf der Uhr lief langsamer. Am Ende des Tages waren es fast 20 Sekunden. Am nächsten Tag beobachtete ich erst wieder die Zeit, aber ich bemerkte, dass es mich auffraß. Ich beschäftigte mich nur noch damit. Ich entschied mich, etwas Zeit in einer Kneipe zu verbringen. Wenn ich schon nichts anderes tat, als auf die Uhr zu sehen, konnte ich wenigstens unter Leuten sein und etwas trinken. In meiner Stammkneipe Weißkopf war um diese Zeit nicht viel los. Ich bestellte ein Bier und der Wirt schenkte mir ein. Um 15.20 Uhr und 56 Sekunden war es zum ersten Mal wieder soweit. Eine Sekunde. Doch ich bemerkte es nicht, weil ich auf die Uhr gesehen hatte, sondern weil für einen Moment die Welt um mich herum einzufrieren schien. Für einen Moment stockte die Bewegung des Wirts. Mehr hatte ich in der Zeit nicht wahrgenommen und ein Blick auf eine Uhr bestätigte mir, dass mein Zeitgefühl nicht mehr mit der Welt übereinstimmte, auch wenn ich die letzten Tage herausrechnete. Ich verließ die Kneipe und wartete draußen auf einer Metallbank. Es dauerte lange, aber um 17.28 Uhr, um zwei Sekunden, frau die Welt wieder ein. Alle Menschen in der Fußgängerzone blieben für einen Moment stehen und ich starrte sie an. Eingefrorene Gesichter. Leute am Telefon, Leute, die Kaffee tranken, Leute, die bei einem Stand etwas kauften. Wie schockgefrostet. Der Moment war viel zu schnell vorüber, aber die Ahnung, die ich in der Kneipe hatte, wurde für mich nun zur Wahrheit. Was war der Grund dafür? Ich wollte die Umgebung weiter beobachten, wollte mehr wissen. Der nächste Zeitstopp fand nicht viel später statt. Um 17.33 Uhr und 49 Sekunden frau die Welt wieder ein. Alle Menschen froren ein, bis auf ein Einzelner. Ein älterer Mann im Anzug war nicht eingefroren. Er bewegte sich einfach weiter. Ich fixierte ihn und als ich die Welt nach zwei Sekunden wieder in Bewegung setzte, stand ich auf und folgte ihm. Ich entschied mich schnell. Ich griff ihn an der Schulter und er drehte sich um. Was wissen Sie darüber? Sein Gesicht setzte keine Mimik auf, die ich erwartet hatte. Verwirrung, Erleichterung oder Erstaunen, sondern Wut. Er packte mich an meinem T-Shirt und presste mich gegen das nächste Schaufenster. Kriech zurück in dein Loch, zischte er. Dann ließ er mich los und ging weiter. Ich rappelte mich auf. Niemand schien sich wirklich für den Vorfall zu interessieren. Einige sahen verstohlen zu mir, aber sonst passierte nichts. Der Mann im Anzug verschwand in der Menge. Ich ließ von ihm ab. Wenn ich ihn weiter verfolgen würde, würde er sicher noch um einiges wütender werden. Doch eine Erkenntnis hatte ich. Es gab weitere wie mich. Ich setzte mich wieder auf eine Bank mit einem Kaffee, der mich wärmte, und wartete weiter ab. Gegen 19 Uhr 32 und 42 Sekunden stoppte die Zeit wieder und ich ließ meinen Blick schweifen, suchte nach einer Bewegung. Eine Frau, knapp 30, konnte ich ausmachen. Ich sprach sie nicht direkt an, wollte sie nicht verschrecken, sondern folgte ihr verdeckt. Sie ging durch die Hauptstraße über die Brücke zu der U-Bahn-Station. Sie stieg die Treppen nach unten und in die Bahn Richtung Weidenbach, und ich ging hinterher. Ich setzte mich so, dass ich genug Abstand hielt, sie aber beobachten konnte. Sie wirkte ganz normal, tippte auf einem alten Smartphone herum, kramte ab und an in ihrer Tasche. Nichts, was sie in irgendeiner Weise unterscheiden würde. Wieder ein starrer Moment. 19.50 Uhr und zwölf Sekunden. In meinem Inneren liefen die Sekunden weiter. Eine, zwei, dann alles wieder in Bewegung. Sie tat auch in dieser Zeit oder Nicht-Zeit nichts Besonderes, sondern hatte einfach mit ihrem Smartphone weitergemacht. Ich entschied mich schließlich dafür, mich zu ihr zu setzen, als wir in eine weitere Station passierten. Sie können sich auch in der Zeit bewegen, sagte ich irgendwann. Sie runzelte die Stirn. Klar, hast du wen gefunden? Sie sagte das auf eine so selbstverständliche Art, dass ich vollkommen verwirrt war. Sie bemerkte meinen Blick. Warten Sie, Sie sind einer von denen, die wir suchen. Ich dachte nicht … Suchen? Wofür suchen? Um sie wegzubringen, natürlich. Sie lächelte und griff nach meiner Hand. Entgeistert versuchte ich, meine Hand aus ihrer zu lösen, aber ihr Griff war fest. Schließlich riss ich mich los, stand auf und lief von ihr weg. Bleib hier! rief sie, stand auf und lief mir hinterher. Die verrückte Fotze sollte mir nicht zu nahe kommen und ich hoffte einfach nur, dass die Bahn bald halten würde. Ich war fast am Ende des Wagens angelangt, als die U-Bahn endlich hielt. Die Frau folgte mir nicht mehr, sondern stand mit einigem Abstand zu mir und starrte mich an. Die mechanischen Türen öffneten sich und ich wollte mich durch die Menschenmasse quetschen, die draußen wartete, doch plötzlich wurde ich festgehalten. Mehrere Männer und Frauen griffen nach meinem Arm, hielten mich fest. Erst dachte ich, dass jemand mich gestreift hätte, aber die Leute griffen nach mir und starrten mich allesamt direkt an. Doch ich schaffte es, mich loszureißen, rief laut nach Hilfe und rannte atemlos weiter. Niemand kam mir zu Hilfe. Ich hastete die Stufen der U-Bahn-Station hoch, spürte die Verfolger in meinem Nacken. Den letzten Meter zog ich mich am Geländer hoch, sprang über die letzte Stufe und rannte über die Straße, ohne auf die Ampel zu warten. Ich kam heil über die Straße und verschwand in einer Seitengasse. Es fühlte sich an, als würde meine Lunge zerreißen, aber ich hatte nicht auf, ehe ich mir sicher war, dass sie verschwunden waren. Ich lehnte mich an eine kalte Steinmauer im Schatten und atmete erst einmal tief durch, wartete darauf, dass ich meinen Herzschlag beruhigte. Dass ich über die Straße heil gekommen war, machte mir plötzlich Angst. Die Straße war doch stark befahren. War die Zeit stillgestanden? Ich blickte zur nächsten Uhr, die ich ausmachen konnte. Zwei Minuten. Verdammt noch einmal zwei Minuten. Aber so viele hatten sich bewegt. Waren sie alle Teil von dieser Gruppe? Es dauerte lange, bis ich mich beruhigt hatte und mich vorsichtig wieder aus meinem Versteck heraustraute. Niemand war zu sehen. Ich nahm den nächsten Bus nach Hause. Als ich in meine Zwei-Zimmer-Wohnung zurückkehrte und meine Sachen aus meinen Taschen auf die Kommode legen wollte, fiel mir auf, dass meine Geldbörse fehlte. Auch das noch. Ich ließ von der Kommode ab und ging in mein Strafzimmer. Vielleicht lag sie irgendwo dort. Erst bemerkte ich es nur im Augenwinkel, doch dann sah ich genauer hin. Durch das Fenster sah ich, wie mich ein Mann anstarrte. Langsam schritt ich zurück und sah, wie der Mann nun auf die Eingangstür zuging. Ich musste verschwinden, bevor er die Tür erreichte. Einfach weg aus der Wohnung. Aus der Haustür heraus, der Mann keine zwanzig Meter entfernt. Ich konnte den Mann gerade so entwischen, wechselte immer wieder die Straße und Straßenseite. Ich atmete einen Marathon, bevor ich gestützt und eine schlecht verputzte Wand verschnaufte und überlegte. Ich hatte kein Geld, keine besonders guten Freunde. Was blieb dann noch? Ich entschied mich, zur Polizei zu gehen, auch wenn ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Die Station war nicht weit entfernt. Nach einer knappen Minute kam sie in Sicht weiter. Ich ging hinein und sprach mit einem jungen Beamten und versuchte, meine Lage zu erklären. Ich erzählte nur, dass ich verfolgt wurde. Kommen Sie mit, wir klären das am besten in einem Nebenzimmer, meinte der Beamte und ich folgte ihm. Wir schlängelten uns an Männern und Frauen vorbei und als der Beamte gerade durch eine Tür in einen anderen Raum schritt, stand die Zeit wieder still. Ich sah, dass der Beamte vor mir erstarrte. Aber ein anderer bewegte sich, wie ich im Augenwinkel sehen konnte. Zu hundert Prozent war ich mir nicht sicher, wollte mich aber nicht verraten, indem ich mich selbst bewegte. Ich spürte, dass jemand näher kam, sah, wie die Person an mir vorbeilief. Nicht atmen, keine Regung. Dann setzte sich die Welt wieder in Bewegung. Ich verabschiedete mich eilig von den Beamten und verließ das Präsidium wieder. Den Rest der Nacht verbrachte ich damit, durch die Stadt zu laufen und ab und an stehen zu bleiben. Sonst nichts. Laufen. Stehen bleiben. Es wurde häufiger und länger. Als der nächste Tag anbrach, spürte ich, wie müde mein Körper mittlerweile war. Ich sah zu, wie die Stadt erwachte. Die ersten Läden wurden geöffnet, der Verkehr nahm zu, die großen Reklametafeln wurden eingeschaltet. Ich sah ein Bild einer Frau auf der Reklametafel. Darunter ein Schriftzug. Laura weiß, kommen Sie um 16 Uhr zum Mike-Wechsler-Platz. Das Bild wechselte zu einem älteren Mann. Ein anderer Name, aber die Aussage war dieselbe. Und dann ein Bild von mir. Selbe Aussage. Mein Herzschlag schien aus dem Takt zu geraten. Irgendjemand wollte mich fertig machen. Irgendjemand kannte und verfolgte mich. Und dann dachte ich an meinen Sohn. Ich lief zum nächsten Taxi, stieg ein und ließ mich zu meiner Ex-Frau fahren. Jemand wollte mich fertig machen. Da würden sie vor meiner Familie nicht Halt machen. Es dauerte eine knappe halbe Stunde, bis ich den Stadtteil erreichte. Ich war nervös, weil ich kein Geld hatte, aber das war egal. Ich kramte in meinen Taschen und suchte nach etwas, das ich im Taxi liegen lassen konnte, aber ich fand nichts. Halten Sie bitte hier, sagte ich, und als der Wagen noch nicht ganz still stand, stieg ich ungelenk aus und lief los. Der Taxifahrer sagte kein Wort und auch mein Blick nach hinten zeigte mir, dass er mir nicht nachrannte. Er telefonierte, wahrscheinlich mit der Polizei. Ich war sicher nicht der Erste. Ich wechselte die Straße ein paar Mal, bevor ich die Wohnung von meiner Ex-Frau ansteuerte. Es war ein Vorort und die Reihenhäuser glichen einander aufs Haar. Noch war niemand von ihnen da. Früh genug. Ich klingelte. Wer ist da? Tönte es aus der Gegensprechanlage. Hey, ich bin's. Oliver? Deine Zeit mit Tom ist erst nächste Woche. Ich weiß. Kann ich Tom nur kurz sehen? Im Hintergrund hörte ich eine Männerstimme. Ein kurzes Gespräch, aber ich verstand nichts. Ich will ihn doch nur kurz sehen. Sandra, bitte. Was ist los, Oliver? Ist nicht wichtig. Ich will doch nur kurz meinen Sohn sehen. Aber nur fünf Minuten, okay? In Ordnung, okay. Ein Summen ertönte und ich drückte die Tür auf. Ich stieg die Stufen des Reihenhauses nach oben und ging zu der Wohnung. Ich begrüßte knapp einen Mann, den ich nicht kannte, und meine Ex. Wo ist er? Er ist in seinem Zimmer. Wir wollten in 20 Minuten eigentlich los zum Kindergarten. Gib mir nur ein paar Minuten, bitte. Sie nickte. Ich ging in das Zimmer und dieses Mal hoffte ich wirklich auf einen Zeitstopp. Doch es kam keiner. Hey, Tommy, sagte ich leise und er lächelte mich an. Er spielte gerade mit seinem Puppenhaus. Ich hob ihn hoch, setzte ihn auf meinen Arm. Sandra stand noch in der Tür und schaute mir über die Schulter. Der Typ war anscheinend in ein anderes Zimmer gegangen. Ich ging mit Tom auf dem Arm näher zu Sandra. Aber, meinst du, ich kann ihn heute zum Kindergarten bringen? Fragte ich. Zum Kindergarten? Ja, ich find das wirklich schön. Es ist irgendwie seltsam, nichts mit seinem Alltag zu tun zu haben. Willst du jetzt jede Woche vorbeikommen, oder was? Nein, nein, nur diesmal. Sie war unsicher. Ich trug Tom an ihr vorbei in den Flur. Ich will ihm nur schon einmal die Schuhe anziehen. Und das tat ich auch, während sie immer noch unschlüssig zu sein schien. Ich weiß nicht, Oliver. Kein Problem, ich mach das heute. Sagte ich einfach, machte die Tür auf und ging nach draußen. Sie hielt mich nicht auf. Ich hatte meinen Sohn ja nicht entführt oder Sonstiges, und er war einfach etwas dreist gewesen. Hoffentlich würde ihr nicht auffallen, dass ich gar nicht wusste, wo sein Kindergarten war. Ich stieg in den nächsten Bus und fuhr mit der U-Bahn weiter. Auf meinem Arm war Tom eingeschlafen. In dieser Stadt lief irgendetwas schief. Ich würde im Bahnhof in den nächsten Zug steigen, einige Stunden fahren und irgendwo aussteigen und mich verstecken, bis dieser ganze Spuk sich aufklären würde. Um zu den Fernzügen zu kommen, musste ich nach oben. Ich hatte Angst, dass in anderen Städten dasselbe Problem wäre, aber es würde sich alles aufklären. Da war ich mir sicher. Ich war gerade in der Vorhalle, als die Zeit wieder anhielt. Ich hielt still, aber Tom wachte auf. Er hatte auch diese Fähigkeit. Er bewegte sich und sah mich an, nuschelte etwas. Ich sah ihn an und wurde nervös und schließlich sah tatsächlich einer der Bewegenden, dass mein Sohn nicht eingefroren war. Ich schaltete direkt und rannte los. Warten Sie! Wurde uns noch hinterhergerufen. Ich musste Tom in Sicherheit bringen. Ich rannte durch die Halle, bog ab zu den Schließfächern und setzte ihn in eines der Fächer, wirf Geld ein, schloss es zu und zog den Schlüssel. Ich würde meine ganze Bewegungsfreiheit brauchen. Direkt lief ich wieder los, um nicht zu verraten, in welchem Schließfach mein Sohn versteckt war. Ich wollte mich diesen Wechseln stellen. Ich verließ den Raum mit den Schließfächern, trat in die Haupthalle des Bahnhofs und sah mich drei Männern entgegen. Verpisst euch! Einer kam auf mich zu und ich wollte mich gerade vorbereiten, doch plötzlich wurde ich von der Seite von einer Frau berührt. Ich riss mich los. Bleiben Sie stehen! rief einer der Männer. Ich rannte die Treppe zu den U-Bahn-Haltestellen herunter, bloß von meinem Sohn ablenken. Doch dort standen wieder Leute. Einer hatte ein Metallobjekt in der Hand, was ich nicht identifizieren konnte. Weitere zogen glänzenden Stahl hervor. Sie zielten auf mich und keine Sekunde später war alles schwarz. Es wurde von einem Blitz gesprochen. Das sagen zumindest die anderen. Die Zeit sei lange stillgestanden. Es soll nicht nur einen Blitz gegeben haben, sondern Tausende, überall. Wo ich bin, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was mit der Welt passiert ist. Sie wollen uns nichts Böses. Sie sprechen von Potenzialen in uns. Aber das Einzige, was ich spüre, ist der Schlüssel des Schließfachs in meiner Tasche, der jede Minute schwerer wiegt. Jetzt geh bitte. Bitte, du kriegst kein Tattoo. Ich hab doch die Einverständniserklärung. Da, sehen Sie. Meine Eltern erlauben mir das. Ihr kriegt niemand unter 18 ein Tattoo und jetzt geh endlich. Nur ein kleiner Schwan auf dem Arm. Bitte. Ab 18, wie gesagt, komm in drei Jahren wieder. Ach, kommen Sie schon. Verpiss dich. Gregor stand draußen und wartete ab, bis die kleine Streitigkeit ein Ende genommen hatte und die junge Frau das Tattoo-Studio verlassen hatte. Er war mehr als zufrieden. Gute Lage, verdammt guter Ruf. Es sah sehr vielversprechend aus. Ja, dies würde er gern übernehmen. Er trat ein und sah sich dem alten Besitzer gegenüber. Blass war er, also zumindest die Hautstellen, die nicht von Farbe bedeckt waren. Die besten Jahre lagen bereits weit hinter ihm. Guten Tag, ich komme wegen des Studios. Es steht doch zum Verkauf, oder? sagte Gregor halblaut, versuchte so entschlossen wie möglich zu wirken, um die Aufmerksamkeit des Alten auf sich zu lenken. Langsam sah dieser auf. Seine blaugrauen Augen musterten Gregor neugierig. Guten Tag, direkt zur Sache kommen, was? Naja, Sie wissen, lassen wir das siezen. So alt wie ich aussehe, werde ich nicht. Du hast ja die Anzeige gelesen, bist nicht der Einzige, bei weitem nicht, nein. Später kommen weitere, damit wir uns recht verstehen. Ich verkaufe das hier nicht wegen des Geldes. Ich will einen würdigen Nachfolger. Gregor nickte bedächtig. Natürlich, natürlich. Der Ruf geht ja weit über die Grenzen des Landes hinaus. Gregor machte eine kurze Pause, dachte einen Moment lang nach. Wenn ich fragen darf, wieso? Was? Was wieso? Wieso geben Sie? Wieso gibst du das hier auf? Sie ist ehrlich gesagt nicht so aus wie jemand, der frühzeitig in Rente geht. Der alte Mann lachte bitter und zündete sich eine Zigarette an. Ich und die Sargnägel feiern bald goldene Hochzeit. Hab ein vorzeitiges Geschenk bekommen. Drei Monate noch, vielleicht auch sechs. Wenn ich Glück hab. In zwei Wochen bin ich weg und lieg irgendwo am Strand. Gregor war sich nicht sicher, was er sagen sollte. Es schien ihm für den Moment am angebrachtesten einfach zu schweigen. Kein Problem, kein Grund nicht mehr zu sprechen. Bin ja selbst schuld. Und irgendwie, wie auch immer. Also, zuerst einmal, keine Kinder, keine Jugendlichen. Die sind zu Jungfitt-Tattoos. Ist ne Schande. Sind auf die auch nicht angewiesen. Kommen genug Leute, wenn wir unseren Job richtig machen. Das kann ich nachvollziehen. Ist kein Problem für mich. Also, die Kunden kommen hierher. Warum? Aus zwei Gründen. Zuerst einmal, wir erfüllen Vorstellungen. Wir machen alle Tattoos überall hin. Tabus gibt es keine. Auch Tattoos, die andere nicht machen würden, beziehungsweise die, nun ja, besonders sind, machen wir. Diese ganzen Tattoos mit diesem hanebüchenen Aberglauben. Verstehst du? Ja, das lockt wohl doch ein paar Leute an. Mundpropaganda ist hier das Stichwort. Im ganzen Staat macht niemand diese berüchtigten Tattoos. Den Skinwürm, die Pestmaske, den Toten Adler. Ach, du kennst sicher die Geschichten. Kommen wirklich so viele? Nur wegen diesen Tattoos? Ein Drittel unserer Kundschaft macht das sicher aus. Und die zahlen extra. Wir schicken sie dann in das Hinterzimmer, um dem Ganzen eine Art verbotenen Touch zu geben. Der Alte lächelte verschmitzt. Nun, willst du es machen? Auf jeden Fall, meinte Gregor begeistert. Die Ladenglocke klingelte und ein junger Mann Anfang 20 trat herein. Dann mach mal, sagte der Alte und stellte sich abseits und beobachtete das Ganze. Der Kunde war dünn und schien nicht ganz in das Bild eines typischen Tattoo-Trägers zu passen. Er trug ein teures Hemd und wirkte wie ein klischeehafter Medizinstudent mit einem Zahnpasta-Werbungslächeln. Er trat leicht schuldbewusst reinblickend näher heran. Es schien, als würde er nach etwas Verbotenem fragen wollen. Der Alte kannte diesen Blick. Guten Abend. Ich möchte ein spezielles Tattoo. Eines, was man nicht überall bekommt. Nun, dachten Sie an etwas Bestimmtes? Der Kunde öffnete den Manschettenknopf an seinem linken Hemdsärmel und schob den Stoff nach oben, zeigte auf eine Stelle und sagte »Die Pestmaske. Sie wissen schon welche. Die will ich haben, hier auf den Armen.« »Nun, wir machen solche Tattoos nicht für jeden, wissen Sie? Sie müssten etwas mehr bezahlen.« »Natürlich. Kein Problem. Machen Sie es?«, fragte der Kunde. Kurz sah Gregor zum Alten. Dieser nickte stumm. »Natürlich. Gehen Sie schon mal nach da. Da ist das Hinterzimmer. Sie verstehen schon. Ich komme gleich nach.« Der Kunde ging in das Hinterzimmer. Der junge Tätowierer ging hinterher und erfüllte ihm seinen Wunsch. Nachdem er fertig war und der Kunde bezahlt hatte, ging Gregor zum Alten Mann. Dieser winkte ihn zu sich heran. »Komm mit.« Der alte Mann ging voran und führte beide in einen anderen Raum. Vor Gregor breiteten sich unzählige Regale, Kommoden, Schubladen aus. »Ich sagte, es gibt zwei Gründe, warum die Leute herkommen. Zwei.«, murmelte der alte Mann und öffnete verschiedene Schubladen, suchte etwas. »Warum tätowiert man normalerweise nicht die Pestmaske? Kennst du die Legende?«, fragte er Gregor und zog einen Gegenstand aus einer der Schubladen. Er hatte es gefunden. »Angeblich. Angeblich stirbt man.« »Wodurch?«, fragte der alte Mann und drückte Gregor den Gegenstand in die Hände. Mit Blick auf den Gegenstand sagte er, »Pistole.«, der alte lächelte mysteriös. Der Revolver wog schwer in Gregors Griff. »Der erste Grund, warum die Leute herkommen, war, dass wir Vorstellungen erfüllen. Der zweite Grund ist... »Nun ja, eigentlich derselbe. Dinge müssen auch real werden.«, eine Pause entstand. »Also, bist du der Richtige?«, Gregor nickte. »Mach's in irgendeiner Gasse.« »Weiland, ist schrub, »Jerensz und schrub, »Jerensz und schrub, »Jerensz und schrub.« Musik Musik Bastian arbeitete schon seit fast 20 Jahren als Pfleger in einem Altersheim. Die Arbeit können einen zermürben, freundliche Gesichter, die einfach nach und nach verschwinden, aber es gibt immer noch viele gute Momente, die Bastian seine Arbeit gerne machen lassen. Das Pflegeheim besteht aus drei Stockwerken mit jeweils zehn Bewohnern. Bastian hat die Tagesschicht, hilft also den Leuten beim Essen, bringt ihnen Kaffee und Kuchen am Nachmittag, wäscht sie, hilft beim Anziehen, fährt sie ein wenig im Rollstuhl herum, achtet auf die Medikamente und alles weitere. Den Charakter des Altersheims machen vor allem die Bewohner mit ihren Marotten aus. Dazu gehören unter anderem Martha, die fast 100-Jährige, die jeden Abend bei Sonnenuntergang herausgeschoben werden möchte, um das Sinken der Sonne nicht zu verpassen. Heinrich, der schon mehr als einmal nach einer Pflegerin gegrapscht hat, sowie Konrad, der jeden Tag Pflaumenkuchen isst und viele weitere Bewohner. Und dann ist da noch Wolfgang. Wolfgang leidet unter schwerer Demenz und ist nur noch sehr selten ansprechbar. Er erkennt niemanden mehr wirklich und hat nur noch sehr, sehr wenige klare Momente. Früher war er Pianist, sehr erfolgreich, aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist, dass er alle paar Wochen eine Schallplatte auf den Plattenspieler legt und abspielt. Eine außergewöhnliche Platte. Ein Klavierstück, unbeschriftet. Niemand weiß, woher es kommt, weil niemand die fremdartige Melodie kennt. Und immer wenn diese Platte spielt, wissen die Pfleger, dass gleich jemand stirbt aus dem Pflegeheim. Erst war der Zusammenhang nicht klar und eigentlich weiß man bis heute nicht, warum das so ist. Aber immer wenn die Melodie spielte, wussten die Pfleger Bescheid, dass es mit jemandem gleich zu Ende geht. Es war gegen 16 Uhr, als die Melodie wieder spielte. Bastian hörte sie und murmelte. Schon wieder... Erst letzte Woche hatte es so einen Fall gegeben. Trotzdem lief er los. Erst durchsuchte er die Zimmer im dritten Stock, doch dort ging es allen Bewohnern gut. Und dann hechtete er aufgeregt in den zweiten Stock. Er wollte den alten Mann oder die alte Frau nicht alleine sterben lassen. Das sollte niemand. Auch im zweiten Stock ging es allen gut und hastig rannte er in den ersten Stock. Sein Herz schlug schnell von der ganzen Rennerei, doch auch hier unten starb niemand. Wolfgang selbst, der, der die Platte aufgelegt hatte, musste es sein. Er lief hoch und ging hastig zu Wolfgang, nahm seine Hand und sagte... Du musst jetzt stark sein. Gleich wird es dir besser gehen. Wolfgang drehte sich zu ihm um und hatte denselben mitleidigen Gesichtsausdruck, wie Bastian ihn aufgesetzt hatte. Bastian wurde klar, dass die Schallplatte nicht für Wolfgang, sondern für Bastian selbst lief. Ich bin Psychologe. Privatpraxis. Ich gehöre, und das darf ich sagen, ohne arrogant zu wirken, zu den besten Psychologen des Landes. Zu mir kommen nur relativ wenige Patienten, drei oder vier am Tag, manchmal weniger. Manager mit Zwangsneurosen, Informatiker mit Depressionen, Priester in Glaubenskrisen. Die meisten meiner Patienten sind leicht zu behandeln, brauchen eher einen Gesprächspartner und Zuhörer als einen Spezialisten. Vielleicht ist es mittlerweile auch schick, zu einem Psychologen zu gehen, ich weiß es wirklich nicht. Aber solange das Geld stimmt, kümmert mich das wenig. Es gibt nur selten Fälle, bei denen ich weiterführendes Wissen bräuchte. Einer dieser Fälle ist zum Beispiel Sophie Niedracht. Er und Frau Niedracht hatten ihre Tochter zu mir gebracht, in der Hoffnung, diese könnte dadurch ein traumatisches Erlebnis besser verarbeiten. Es passierte in ihrem alten Haus. Ein Brand, den sie nur knapp überlebt hatte. Es war mittlerweile ihre fünfte Sitzung und noch immer wollte sie nicht direkt darüber sprechen, erzählte dies und das, aber wich den Brand aus. Komm schon, wie war das mit dem Brand, Sophie? Nun ja, das Feuer kam und brach von unten nach oben aus. Ich war oben, ging aus dem Zimmer, suchte meine Eltern in ihrem Schlafzimmer, aber sie waren nicht da. Und dann? Dann sah ich diese Gestalt mit den braunen Haaren, so wie ich gerade. Nufi zerzaust da. Bis auf die braunen Haare konnte ich nichts erkennen, ihr Gesicht konnte ich nicht richtig sehen. Hast du irgendwelche Details, wie sie gestanden hat? Ihre Haltung, ihre Gesichtszüge? Sie antwortete mit einem Kopfschütteln. Es machte mir zu schaffen, so machtlos zu sein, ihr nicht helfen zu können. Das Einzige, was ihr vielleicht jetzt noch helfen konnte, war eine Konfrontation, eine Rückkehr zum Ort des Geschehens. Ich wusste zwar, dass es riskant werden könnte, aber es gab keinen anderen Weg. Ich rief Sophies Eltern ein paar Tage nach der Sitzung an, um meinen Plan zu besprechen. Herr Niedracht, es ist etwas heikel, aber ich möchte Ihre Tochter zu dem Ort bringen, an dem es passiert ist. Warum wollen Sie das? Es wird ihr wehtun. Sie wissen das. Ja, aber ich glaube, dass es den Heilungsprozess immens beschleunigen, die Therapie auf ein ganz neues Level bringen könnte. Ich glaube, dass sie dann wirklich in der Lage wäre, das Ganze zu verarbeiten. Sie ist nicht bereit dafür. Sie könnte wieder zurückfallen. Ich glaube wirklich, dass das die einzige Möglichkeit ist, um sie wieder völlig gesund zu machen. Nein, meine Tochter wird nicht wieder zu diesem Ort gehen. Das wird sie krank machen. Bitte unterlassen Sie solche Überlegungen in Zukunft. Er stockte für einen Moment. Ich glaube, es wäre sogar besser, wenn wir die Therapie mit Ihnen beenden. Herr Niedracht, die Therapie ist hiermit beendet. Wir zahlen Ihnen die restlichen Rechnungen. Aber ich möchte doch gar nicht... Gute Nacht, Herr Rorschach. Gute Nacht, Herr Niedracht, sagte ich. Damit war es dann wohl vorbei. Ich hatte den Termin relativ schnell wieder an jemand anderen vergeben. Es gab immer Leute, die bei mir eine Sitzung wollten. Nun behandelte ich einen depressiven Jungen, 17 Jahre alt, hochintelligent, aber wohl ohne ausgeprägtes Freudegehen geboren. Die Sitzung ging etwas länger als sonst. Wir hatten sicher 30 Minuten überzogen, aber sowas muss manchmal eben sein. Ich hatte wirklich das Gefühl, bei ihm weitergekommen zu sein. Als ich ihn zu der unteren Tür der Praxis brachte, sah ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite Sophie. Sie stand dort und sah zu mir. Ich wusste für einen Moment nicht, was ich tun sollte, ging dann runter auf die Straße. Was ist los? Herr Rorschach, ich bin hierher gefahren. Ich habe das Gespräch mitbekommen zwischen ihm und meinem Vater. Oh, sagte ich. Können wir hinfahren? Bitte. Ich... das geht nicht, sagte ich und schluckte. Ich glaube, dass es mir helfen würde. Aber ich kann nicht... Ich überlegte. Es war nicht richtig, aber es würde ihr wirklich helfen. Davon war ich überzeugt. Alles andere hatte sich auf Dauer nur als eine weitere Sackgasse herausgestellt. Wie kannst du überhaupt hier sein? Meine Eltern denken, ich wäre bei einer Freundin. Ich wog die Möglichkeiten ab. Es war nicht richtig. Davon war ich überzeugt. Aber ich musste einfach hinfahren. Es war meine Pflicht als Arzt. Ich schloss das Auto auf und ließ mir die Adresse von ihr diktieren. Weltenbruch Allee 23, Weidenbach. Ich tippte die Straße, den Ort und die Hausnummer auf dem schmierigen Display meines Navis ein und nach 30 Minuten waren wir an der besagten Stelle. Das Haus stand immer noch da, ausgebrannt wie eh und je und wirkte wie ein Fleck auf einer Karte. Etwas, was einem direkt ins Auge springt, aber sicher nicht auf eine gute Weise. Es war mittlerweile schon etwas spät und ich hielt direkt auf der Straße vor dem Haus, ging relativ schnell hinein. Die Tür hing lose im Rahmen. Wo war es? Fragte ich Sophie und schaute mich um. Wir hatten nicht viel Zeit. Oben, kommen Sie mit! Ich folgte ihr die Treppe nach oben ins Schlafzimmer der Eltern. Das Haus war mittlerweile ausgeräumt worden. Nichts zeugte mir von dem einstigen Leben, nur noch Ränder dort, wo mal etwas gestanden oder gehangen hatte. Wir gingen langsam zusammen in das Schlafzimmer und ich hoffte, dass es irgendetwas auslösen würde. Sie fing an zu weinen, zeigte zu der Stelle, wo offenbar die andere Person gestanden hatte und ich nahm sie in den Arm, sagte, dass alles gut wäre. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Warum? Ich schluckte. Doch ein paar Worte später hatte ich nicht den Eindruck, ihr geholfen zu haben. Im Gegenteil, ich hatte es schlimmer gemacht. Ich fuhr sie direkt zurück zu ihrer Familie, wollte keine Zeit mehr in diesem Haus verschwenden und ging mit ihr zur Tür, versuchte mich irgendwie zu erklären. Anzeigen sollte ich sie. Was fällt Ihnen ein, einfach so mit meiner Tochter irgendwo hinzufahren? Es tut mir leid, Herr Niedracht. Ich wollte nur... Mir ist scheißegal. Verpissen Sie sich, Gottverdammt. Ich ging und fuhr nach Hause. Ich hatte meine Grenzen deutlich überschritten, das hätte ich nicht tun dürfen. Doch irgendetwas ließ mich nicht drohen, irgendein Detail. Nicht mein Fehlverhalten, sondern etwas im Haus. In aller Frühe fuhr ich noch einmal dorthin und ging hinein, oben ins Schlafzimmer. Und dann sah ich, was mir unbewusst aufgefallen war. Im Schlafzimmer, wo Sophie hingesehen hatte, war auf dem Boden ein Abdruck. Da waren feine Linien. Irgendetwas musste dort gestanden haben. Stand die Person im Feuer auf einer Kommode oder so etwas? Bei Herrn Niedracht konnte ich nicht mehr anrufen, also musste ich nach einer anderen Möglichkeit suchen. Ich musste Frau Niedracht erwischen. Ich passte sie beim Einkaufen ab, hatte einige Tage lang ihren groben Tagesablauf studiert. Ganz zufällig sollte es wirken. Sie kaufte gerade Fertignudeln, die sie sicher als selbstgemacht ausgeben würde. Ähm, Frau Niedracht. Herr Rorschach? Guten Tag. Man merkte ihr an, dass ihr das Gespräch sichtlich unangenehm war. Wie geht es Ihnen? Glauben Sie wirklich, dass dieses Gespräch eine gute Idee ist? Jetzt. Ich konnte nicht mehr warten. Beschreiben Sie mir die Einrichtung in dem Schlafzimmer Ihres alten Hauses. Was? Sind Sie? Sind Sie? Wieso wollen Sie das wissen? Ich wiederholte meine Bitte. Bitte gehen Sie. Sagen Sie es mir. Was stand dort? Sagte ich nun Bestimmter. Ich werde die Polizei rufen, wenn Sie nicht verschwinden. Sagen Sie mir einfach, was in der Ecke rechts neben dem Fenster stand und ich werde verschwinden. Sie runzelte die Stirn, wog ein paar Sekunden ab. Ein Spiegelschrank. Nun verschwinden Sie endlich! Ich wendete mich ab. Mittlerweile beobachteten einige Leute schon die Szenerie. Mir war das egal. In mir gefror alles. Ich konnte keinen Gedanken mehr daran verschwenden. Ein Spiegelschrank. Sophie musste sich selbst gesehen haben. Besonderschrank. Ich werde die Einrichtung. Es war ein seine Händen. Es war ein Unvermiss. Es war ein Einrichtung. In mir gef chiapopelt. Ich werde mich aus dem globeeux. Es war ein Unvermiss. Es war ein Einrichtung. Es war ein Laudatoin. Ich will nicht mit Ihnen reden. Ich setze mich und mustere ihn eingehend. Zwischen uns der leere Tisch. Er ist angekettet, hat nicht mehr als einen halben Meter Spielraum. Alles ist sicher. Warum wollen Sie nicht mit mir reden? Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Wir haben versucht, ihn zu erreichen, aber es geht einfach nicht. Verstehen Sie? Ich habe Rechte. Und ich habe Hämorrhoiden. Wir alle haben Dinge. Besitz? Darum geht's ja auch. Unterlagen. Unterlagen, die Sie gestohlen haben. Ich habe nichts hier, was ich Ihnen geben könnte. Das wissen wir. Natürlich haben Sie nichts dabei. Wenn Sie etwas dabei gehabt hätten, hätten wir es längst. Wo haben Sie die Unterlagen versteckt? Ich will nicht mit Ihnen reden. Das hat keinen Zweck. Warum denken Sie sowas? Wie kommen Sie darauf? Sie sind nicht auf meiner Seite. Was denken Sie denn? Ich stehe auf. Gehe im Raum herum. Ist der Staat für Sie so eine undurchdringliche Struktur? Eine Maschine, die nur dazu erschaffen wurde, um Sie zu vernichten? Kommen Sie. Das ist doch lächerlich. Ich will meinen Anwalt sprechen. Okay. Morgen. Ich sorge persönlich dafür, dass das klappt. Wenn Sie mit mir reden. Deal? Er zieht die Augenbrauen hoch. Denkt nach. Es wird keine Stunde dauern. Er zögert einen Moment und nickt dann knapp. Gerade genug, um ein Einverständnis zu signalisieren. Gut, gut. Ich setze mich wieder. Kaffee? Tee? Wasser? Er schüttelt den Kopf. Meine Kollegen beobachten mich sicher durch das Spiegelglas. Ich soll mich beeilen. Gut. Dann erzählen Sie mal. Wie heißen Sie? Wo kommen Sie her? John Doe. Witzig. Ich habe das schon einmal erzählt. Ich höre eine Störung in der Leitung zum Anwalt. Ganz laut. Hören Sie das auch? Er schließt für einen Moment die Augen. Dann öffnet er den Mund wieder. Simon Beck. Geboren und aufgewachsen in der Nähe von... Spezifisch. Geboren und aufgewachsen in Rheinbach. Neckargemünd. Schöne Gegend. Ich mag das Kloster dort gerne. War dort einmal mit meiner Frau. Es gibt dort kein Kloster. Ja. Simon forscht in meinem Gesicht, als könnte er dort irgendetwas finden. Irgendein Hinweis, irgendein Pfeil, der die Richtung zeigt, in die es gehen wird. Er scheint nichts zu finden. Nachdem Sie die Realschule in Neckargemünd abgeschlossen haben, haben Sie eine Lehre angefangen. Als Metzger. Sind Sie ein grausamer Mensch, Herr Beck? Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Die Bezahlung war in Ordnung. Sind Sie ein grausamer Mensch? Nein. Warum dann der Beruf? Ich will meinen Anwalt sprechen. Ich atme tief ein und aus. Simon, Simon, Simon. Das ist nicht nett. Ich will meinen Anwalt sprechen. Okay. Sie wirken etwas paranoid. Wissen Sie das? Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, was da läuft. Kommen Sie jetzt wieder mit der Alien-Geschichte? Okay. Was haben Sie gesehen? Ich habe alles bereits zu Protokoll gegeben. Warum eigentlich? Ich dachte, der Staat ist das Böse. Ich wusste nicht, inwieweit diese Wesen und der Staat unter einer Decke stecken. Ich habe es wirklich versucht, mit Leuten wie Ihnen zu reden. Immer und immer wieder. Und niemand hat mir zugehört. Da musste ich eben etwas tun. Ich habe die Dokumente ja nicht einmal richtig einordnen können. Aber wenn man mich so behandelt, dann ist mir schon klar... Wissen Sie, ich ertrage das nicht mehr lange. Staat hier, Staat da. Dieser ganze Unsinn. Was würde Sie denn überzeugen, dass wir keine bösen Alien-Verschwörer-Monster sind? Meinen Anwalt zu sehen. Das würde mich vielleicht überzeugen. Sie lassen nicht locker, oder? Nein. Ich kenne meine Rechte. Nun gut, unter einer Bedingung sorge ich dafür, dass der Anwalt zu Ihnen kommt. Wir rufen ihn gleich an, wenn Sie meine Bedingung erfüllen. Er schaut mich gespannt an. Ja? Sie sagen nicht, dass wir Ihnen den Anwalt vorenthalten haben. In Ordnung? Dann würde ich mich wirklich für Sie einsetzen. Ich lächle ihn an. Falls nicht, dann kommen Sie nach dem Gespräch in Isolationshaft. Besondere Maßnahmen, weil Sie sich so fürchterlich aufregen. Er nickt. Der Deal scheint Ihnen nicht glücklich zu machen, aber das kann mir egal sein. Ich würde es gerne hören. Zur Bestätigung. Das ist wichtig für mich. Für das Prozedere. Ich werde nichts in diese Richtung sagen. Ich werde nicht sagen, was Sie belasten würde. Wunderbar. Ich stehe auf, trete zur Tür, verlasse den Raum, schließe die Tür und gehe zu meinen Kollegen. Und wie sieht's aus? Anwalt. Wie viel Zeit brauchst du noch? Der Anwalt wohnt laut den Unterlagen in der Nähe, oder? Selbes Viertel. Fünf oder zehn Minuten reichen bestimmt. Ich gehe zurück in den Raum und schließe sorgsam die Tür hinter mir. Wann ist er da? Wir haben angerufen und er kommt direkt. So lange würde ich gerne noch mit Ihnen reden. In Ordnung? Worüber denn noch? Einfach, wie das alles abgelaufen ist. Sie haben doch die Akten. Die Akten sind nicht Sie. Vielleicht ein kleiner Teil von Ihnen, aber ich will es gerne von Ihnen hören. Kommen Sie. Meine Kollegen wollten das mit dem Anwalt noch rauszögern. Ich musste jetzt ein bisschen... Sie wissen schon. In Ordnung? Ich bin kein Teil des bösen Verschwörerstaats. Wirklich nicht. Ich bin einfach ein Mensch, der wissen will, was los ist. Okay. Mein Anwalt kommt sicher? Er ist benachrichtigt und wird sicher jeden Moment hier sein. Von mir aus. Also, das war vor fünf Monaten. Es hat nicht mit einem Leuchten oder so angefangen, sondern mit einem Geräusch. Ein einzelner Ton. Die ganze Zeit. Erst habe ich versucht, ihn zu ignorieren, aber es hat nicht aufgehört. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Hat ihn noch jemand gehört? Meine Freundin, aber sie hat ihn irgendwie anders beschrieben. Ich sagte tief und sie irgendwie kratzend, unförmig, hoch. Wir haben ja keine Wörter dafür irgendwie. Aber sie ist dann auch ziemlich schnell weggezogen, zurück zu ihren Eltern. Warum? Das Geräusch. Es war die ganze Zeit da. Und ich wollte dem nachgehen, aber sie wollte einfach bloß weg. Haben Sie sie gehen lassen? Ja, nichts mehr von ihr gehört. Seit fast fünf Monaten. Ich habe versucht anzurufen, aber... Egal. Ich nicke. Erzählen Sie weiter. Mich interessiert besonders, wie sie dann darauf kam, dass die Regierung davon weiß. Wissen Sie was? Mir kann es ja egal sein. Ich habe ja schon alles gesagt. Ich habe erst mit der Polizei gesprochen und natürlich kam da gar nichts. Sie haben sich meine Sachen gar nicht erst angesehen. Nein. Ich hatte ja Fotos und so weiter. Auch Filme. Alles Mögliche. Sie hatten sie eingesammelt und wollten sie irgendwann ansehen. Haben sie zumindest gesagt. Wo sind die Filme? Die Fotos? Ein paar Abzüge haben ihre Leute, das wissen sie doch. Den Rest verwahre ich an einem sicheren Ort. Wo ist dieser Ort? Er schaut mich nur schief an. Das war keine einfache Zeit. Niemand glaubt einem. Die Freundin ist weg. Und dieses Geräusch. Die ganze Zeit Kopfweh von diesen Geräuschen. Und irgendwann... Irgendwann waren diese Dinger ja auch in der Wohnung. Woher wissen Sie das? Ich habe Aufnahmen. Ich habe das gefilmt mit ein paar Kameras. Ich habe mich nicht mehr sicher gefühlt und ein kleines System zusammengebaut. Aber auch hier sieht jeder etwas anderes. Ich habe keine Ahnung, was das ist und... Ich glaube, die Regierung will da irgendetwas vertuschen. Da bin ich mir sicher. Meine Freunde haben das zwar auch gesehen, aber haben sich dann ferngehalten. Vielleicht war es zu krass. Keine Ahnung. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Wir wollen nichts vertuschen. Wenn Sie uns richtige Beweise liefern, dann können wir auch alles... Hören Sie auf Scheiße zu reden. Ich atme tief ein und aus und lecke mir über die Lippen. Wir sind nicht die Dorfpolizei, an die Sie sich... Ich will nicht darüber reden. Ich habe da kein Vertrauen. Auch allgemein, wie Sie mich behandeln. Ich sehe ihn ein paar Sekunden lang an, warte darauf, dass er noch irgendetwas sagt. Wie ging es weiter? Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen. Und es hat genauso viel gebracht wie bei der Polizei, aber es gab da diesen einen Moment. Er hat gezögert, wissen Sie? Und irgendwie... Ich kann das nicht beschreiben. Jedenfalls habe ich über einen Kontakt ein paar Polizeiakten und kleinere Meldungen in der Zeitung gesucht. Es gab wohl häufiger Meldungen in der Gegend. Alle fallen gelassen. Die Leute, die das gemeldet haben, sind alle weggezogen. Manche sind auch gestorben. Und da bin ich im Rathaus eingebrochen und habe eine Akte gefunden. Ganz hinten in den Schränken. Nicht mal besonders gekennzeichnet. Irgendwie... Auf unscheinbar gemacht. Was stand in der Akte? Ich weiß es nicht genau. Ich habe bloß die ersten Seiten gelesen. Es ging um gewisse Meldungen, die ignoriert werden sollen und andere Verhaltensweisen in gewissen Fällen. Aber ich bin nicht wirklich dazu gekommen, das komplett zu lesen. Ich hatte ja nicht mehr viel Zeit. Wie viel haben Sie gelesen? Die ersten paar Seiten vielleicht. Kurz darauf, nachdem ich die Akten verstaut habe, bin ich dann hier gelandet. Und ich weiß nicht, was ich gemacht haben soll. Sie sind eingebrochen. Ja, aber das ist nicht fair. Was haben Sie alles gesehen? Diese Dinger. Ein bisschen zumindest. Irgendwie scheint die Kamera sie nicht richtig aufzunehmen. Sie sind in meiner Wohnung umhergeirrt und dann standen sie einfach rum und haben irgendwo hingestarrt. Eines saß bei mir im Schlafzimmer, glaube ich, während ich geschlafen habe. Eines ist die ganze Zeit ums Haus gelaufen. Immer und immer und immer wieder. Keine Ahnung, was das... Er hält inne. Hinter mir höre ich Schritte. Die Tür geht auf. Mein Kollege. Der Anwalt ist da. In Ordnung. Ich wende mich noch einmal kurz zu Simon Beck. Bis später. Ich mustere ihn eingehend und gehe dann hinaus. Kann uns hier wirklich niemand hören? Nein, die dürfen nicht zuhören oder abhören oder was auch immer. Ich habe das zur Sicherheit auch nochmal kontrolliert, aber die müssen sich so oder so dran halten. Es ist nicht einfach, Beamte aus ihrem Job zu befördern, aber das ist eine Möglichkeit. Die halten sich dran. Die wissen, dass ich den sonst richtig einheize. Sind sie sich sicher? Ja, absolut. Hier wird nichts passieren. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Sie hatten erzählt, dass sie schon ein paar dieser Fälle bearbeitet haben. Dass es mehr Leute gibt. Ja, das stimmt. Ein gutes Dutzend kam zu mir und seitdem habe ich alles Mögliche zusammengetragen. Es war wirklich nicht leicht, aber wir stehen hier kurz vor einem Durchbruch. Was glauben Sie? Was geht hier vor? Aliens. Ich glaube, dass wir eine Art Unterwanderung durchlaufen. Seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten. Ich glaube, dass Aliens unter uns sind. Dass sie sich verstecken und dass das vertuscht wird. Dass uns etwas vorenthalten wird. Warum glauben Sie, sind diese Dinger hier? Das weiß ich nicht. Vielleicht um uns zu erforschen. Vielleicht gibt es auch gar keinen Grund. Das konnte ich bisher nicht herausfinden. Das wirkt alles so zufällig. Wie lange sind Sie schon an der Sache dran? Vier, fünf Jahre? Irgendwie so. Am Anfang war es natürlich nicht so ernst, aber mittlerweile bestimmt das mein ganzes Leben. Damals, als der erste Mandant kam, hatte ich das für Unsinn gehalten. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich erst gemerkt, wie groß die Sache ist. Warum haben Sie keine Probleme bekommen? Ich habe Kontakte. In Deutschland macht man einen Anwalt nicht so schnell mundtot. Da muss schon einiges passieren. Zumindest bisher. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass niemand mehr sicher ist. Ich hätte einfach abhauen sollen, wie meine Freundin. Ich hätte da niemals reingeraten dürfen. Warum sind Sie nicht weggezogen? Ich konnte nicht. Meine Mutter hat bloß eine Einzimmerwohnung und mein Vater ist seit zwei Jahren tot. Und Geld für einen Umzug habe ich nicht. Ich kam mit der Arbeit ja so oder so kaum über die Runden. Meine Freundin hat mich damals einfach vor die Wahl gestellt, ob ich mitkomme und das Ganze vergesse. Aber ich konnte einfach nicht. Das wäre vielleicht besser gewesen. Auch wenn ich das nicht gern ausspreche, ich will reinen Tisch machen. Das mit der Bezahlung für Sie kann vielleicht ein bisschen dauern. Ich werde... Machen Sie sich darum bitte keinen Kopf. Mir ist das ein Anliegen. Ich weiß ja, dass es immer wieder diese Fälle gibt. Das ist keine Anomalie mehr. Das kommt ja überall vor. Und ich weiß nicht einmal, wie viele das ignorieren, wie viele nicht zur Polizei gehen. Und natürlich bekomme ich nur die Fälle mit, über die berichtet wird. Oder wenn jemand direkt zu mir kommt. Es war richtig, von Ihnen zu mir zu kommen. Und ich werde Sie kostenlos vertreten, Herr Beck. Danke. Wirklich, danke. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Wenn ich... Wenn ich ins Gefängnis komme... Wie viel Zeit muss ich dann absetzen? Drei bis vier Jahre. Aber das wird nicht passieren. Sie sind ja quasi wie ein Whistleblower. Whistleblower. Wenn das alles endlich offen liegt, wird die Regierung gar nicht anders können, als sie sogar zu ehren. Ich bin mir absolut sicher. Das scheint mir... Glauben Sie mir. Wenn das alles bekannt wird und die Bevölkerung davon weiß, dann wird sich einiges ändern. Machen Sie sich um eine Gefängnisstrafe, keine Sorgen. Das wird nicht passieren. Ich werde mein Bestes tun. Wissen Sie was? Ich darf das eigentlich nicht, weil es immer noch ein Restrisiko gibt. Aber ich verspreche Ihnen, Sie kommen nicht ins Gefängnis. Sie sind der Schlüssel. Ich weiß nicht. Vertrauen Sie mir. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe mit ein paar Kontakten geredet. Bei der Polizei. Die stellen bei Ihnen alles auf den Kopf. Ich versuche das gerade stoppen zu lassen, aber wenn die bis dahin was finden, kann ich nichts tun. Ich darf das eigentlich nicht, aber ich will die Sachen, diese Unterlagen, um die es geht, verschwinden lassen. Das muss natürlich unter uns bleiben. Wenn ich mich wirklich auf diese Weise einmische, kann ich meine Zulassung verlieren. Verstehen Sie? Die Sachen sind sicher verstaut. Machen Sie sich da keine Sorgen. Ich habe wirklich aufgepasst, dass da nichts passiert. Die Unterlagen würden mir bei der Forschung des Ganzen sicherlich auch sehr helfen. Vielleicht kann ich über das, was Sie gefunden haben, etwas herausfinden, was ich an die Öffentlichkeit bringen kann und dann jetzt schon alles ins richtige Licht rücken. Verstehen Sie? Das könnte der entscheidende Schritt sein. Der Punkt, der alles auffliegen lässt. Wie kann ich mir sicher sein, dass... Ich tue mein Bestes. Natürlich kann ich Ihnen keine hundertprozentige Garantie geben, aber das wird unsere Chancen verbessern. So oder so. Ich habe Kontakte zur Presse. Und das Einzige, was ich noch brauche, sind Bildmaterial, Filmchen und Unterlagen, die klar machen, was Sache ist, was im Gange ist. Es werden natürlich auch Interviews und alles kommen. Das wird noch richtig groß. Okay. Ich sag's Ihnen. Aber ich möchte etwas dafür. Ein Versprechen. Natürlich. Sie veröffentlichen nur so, wie ich das möchte. Ich will damit einbezogen werden. Ich will, dass das richtig bekannt wird. So wie es wirklich ist. Ich will, dass die Leute wissen, dass diese... Diese Dinger unter uns sind, wahrscheinlich seit Jahren, dass wir verarscht werden. Ich werde mit Ihnen alles absprechen. Da können Sie sicher sein. Ich verspreche es Ihnen. Also. Ich habe die ganzen Sachen unter ein Auto in der Nachbarschaft gesteckt, das nie benutzt wird. Einfach da in einen Hohlraum geschoben. Wie so ein Drogendealer. Wie sieht das Auto aus? Es ist das Auto vom alten Webermann. Lila. Er hat immer erzählt, dass er das billiger bekommen hat, weil es so hässlich ist. Witzig. Danke. Was? Ich lege den Kopf schief. Danke. Was... Was passiert hier? Er will aufstehen, aber die Kette hält ihn zurück. Was soll hier passieren? Ihre... Ihre Stimme! Ich klinge wie der Polizist? Natürlich. Ich stehe auf und sehe, wie seine Welt noch weiter erschüttert wird. Was sind Sie? Keine Ahnung. Nennen Sie mich, wie Sie wollen. Ich sehe in seinen Augen, dass er sich nie wieder erholen wird. Ich spüre, wie sein Herzschlag sich verdoppelt, als ich an meinen Kopf greife und zumindest eines der Menschenkostüme abziehe. Die dünne Schicht streife ich langsam von der nächsten Schicht und werfe sie anschließend in die Ecke. Ich strecke mich. Jede Schicht ist so unendlich einengt. In ihm ist etwas zerbrochen. Er stört mich nur an. Er kann nicht mehr. In ihm ist der letzte Rest Hoffnung zerstört. Wissen Sie, Sie wollten doch frei sein. Und genau das wird jetzt passieren. Sie kommen frei. Na, ist das nicht toll? Ich drehe mich um. Kommt rein! Meine beiden Kollegen kommen rein. Hat er den Standort verraten? Ein lila Wagen von einem Nachbarn. Wie war nochmal sein Name? Ich schaue zu Simon. Er antwortet nicht. Webermann. Herr Webermann. Unter dem Wagen. Holt alles ab. Bis später dann. Die beiden Kollegen verlassen den Raum wieder und ich widme mich wieder Simon. Hätten Sie nicht gedacht, oder? Vor allem, dass Sie jetzt freikommen. Ich hab mein Wort gehalten. Also zumindest Teile. Das muss doch reichen. Ich gehe zu ihm, klopfe ihm auf die Schulter und dann mache ich seine Fesseln los. Stehen Sie auf! Los! Er bewegt sich nicht. Ich packe ihn und reiße ihn aus dem Stuhl. Ich drücke auf die Klingel. Seit er vor zwei Jahren bei dem Verhör war, ist er nicht umgezogen, obwohl ich es erwartet hätte. Soweit ich weiß, arbeitet er nicht, hält sich irgendwie über Wasser. Ich weiß nicht, ob er aufmachen wird, aber notfalls werde ich mir einfach Zutritt verschaffen. Doch dann höre ich Schritte. Er öffnet die Tür und starrt mich einige Augenblicke lang perplex an. Was wollen Sie noch? Er sieht zerstört aus. Ich habe ein Bild von ihm von vor sechs Monaten gesehen und der Verfall war offensichtlich. Aber das, was mir jetzt geboten wird, ist kein Vergleich. Eine menschliche Ruine. Wann waren Sie das letzte Mal draußen? Verschwinden Sie, bitte. Ich gehe an ihm vorbei in die Wohnung. Er hält mich nicht auf und folgt mir. Keine Ausdrucke, keine Zeitungsausschnitte, nicht das elendige Klischee. Aber alles ist ruinös. In den Ecken Schimmel. Alles ist so dreckig. Wie geht's Ihnen? Er lacht kurz. Verzweifelt. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe mitbekommen, Sie haben tatsächlich noch drei, vier Medienleute angeschrieben. Hat ja nicht so gut geklappt. Warum sind Sie hier? Was wollen Sie von mir? Noch mehr zerstören? Ich will gar nichts. Was ich will, spielt keine Rolle. Aber ich habe eben gewisse Aufgaben zu erfüllen. Wir haben auch Hierarchien. Verstehen Sie? Und mir tut das wirklich, ähm, mir tut es nicht leid. Ich kann ehrlich sein. Es ist einfach nur nervig. Mir ist es egal. Sie sind mir egal. Aber ich habe das nicht zu entscheiden. Bitte gehen Sie. Ich kann nicht. Ich muss Sie töten. Man muss, zumindest sagte man mir das, wir müssen ein Exempel statuieren. Wie bei allen. Wir sind eigentlich nicht böse, aber die Leute dürfen nicht suchen. Noch nicht. Das ist ja auch irgendwie ein Eingriff in unsere Privatsphäre. Wie auch immer. Ich ziehe ihm eine Krawatte aus und halte sie ihm hin. Er schaut mich verwirrt an. Was soll ich damit? Erhängen. Was? Ich habe doch aufgehört. Warum? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe alles verloren. Alles. Erhängen müssen Sie sich. Jetzt. Nein. Okay. Jetzt ist er restlos irritiert. Ich schaue ihn lange an. Also. Sie können immer noch wählen. Du. Du. Simon. Du darfst wählen. Entweder ich kümmere mich darum und erledige das einfach. Versuch nicht zu fliehen. Wir finden dich. Oder du nimmst dir jetzt die Zeit, hast einen Moment für dich und erhängst dich. Das ist doch für alle das Beste. Das können Sie nicht machen. Ich höre auf. Ich werde nicht mehr daran denken. Ich werde. Ich werde. Ich lege die Krawatte auf den Tisch. Such's dir aus. Ich komme in einer Viertelstunde wieder. Die Halterung der Lampe wird stabil genug sein. Ich zeige nach oben. Fassungslos starrt er mich an. Mach's gut, Simon. Ich verlasse den Raum. Verlasse die Wohnung und stelle mich vor die Tür. Es ist eine waldige Gegend. Ein sanfter Luftzug weht durch die Blätterdächer. Ich schaue der Sonne entgegen, spüre die Wärme unter den ganzen Schichten. Es ist friedlich. Ich schließe die Augen und höre, wie er sich auf den Stuhl stellt. Er hält inne. Ein Moment. Noch ein. Das Unvermeidliche hinauszögern. Dann schiebt er seinen Stuhl weg. Ich höre das Würgen. Es ist warm unter den Schichten. Friedlich. Er zappelt und wirkt und stirbt. Wirklich angenehm heute. Er ist tot. Alles ist wieder in Ordnung. Dann mache ich mich auf zum Nächsten. Heute ist noch viel zu tun. Goldene Zeiten Geschrieben von Daniel Spieker Gelesen von Devin Wolters 1 Ich ziehe beide Augenbrauen hoch, als der Mann vor mir seine Handschuhe auszieht. Ich dachte sie... Sie dachten, dass ich lüge? Fragt er. Kein Vorwurf in der Stimme. Nein, nicht wirklich, sondern dass es sich vielleicht um eine Verfärbung handelt. Aber... Ich kann den Blick nicht von seinem Arm lösen. Ich kann ihn nicht mehr bewegen. Seit Tagen. Am Anfang wurde es schwerer, aber jetzt... Kein Gefühl. Nichts. Tut es weh? Nein. Aber es macht mir eine scheiß Angst. Warum kommen sie erst jetzt? Ich dachte irgendwie, dass das schon wieder verschwindet. Ich schaue ihn ungläubig an. Schüttle kurz den Kopf und ziehe mir ein paar Latex-Handschuhe an. Können Sie den Arm ganz frei machen? Am besten ziehen Sie mal das Hemd aus. Er knöpft das Hemd auf und legt es auf seinen Schoß. Bis zum Ansatz des Oberarms ist der Arm golden verfärbt. Und wirkt auch so, als wäre er komplett aus Metall. Ich berühre ihn. Und tatsächlich. Er ist schwer und fühlt sich auch so an, als hätte er sich eine unbewegliche Goldprothese übergestreift. Ich... bin ehrlich gesagt etwas überfragt. Das scheint ein Sonderfall zu sein. Sie können mir nicht helfen? Doch, doch. Nur nicht sofort. Morgen, denke ich. Ich würde gerne einen Abstrich machen. Klar. Ich hole ein Kunststoffgefäß und ein Stäbchen. Wie schnell breitet sich das aus? Frage ich. Es wird irgendwie immer schneller. Anfangs kein ganzer Millimeter am Tag, denke ich. Jetzt jeden Tag mehr als einen Zentimeter. Ich führe den Abstrich durch und lege das Kunststoffgefäß zur Seite. Ich rufe sie an, wenn ich die Ergebnisse habe. Können sie mir nicht helfen? Wiederholt er. In seinen Augen liegt ein Blick, der mir vermittelt, dass sein nächster Stopp das Krankenhaus wäre. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Sensation. Vielleicht wäre es gut, wenn er ins Krankenhaus geht. Aber dann wäre ich nicht mehr derjenige, der diese Krankheit entdeckt. Was auch immer das ist. Ich habe fast 20 Jahre in dieser Kleinstadtpraxis zugebracht. Das kann nicht alles sein. Doch, kann ich. Kommen Sie morgen wieder. Wenn Sie wollen, schon eine Stunde bevor wir aufmachen. Ich werde da sein. Ist es so schlimm? Fragt er. Seine Stimme zittert. Nein, nein, nein. Ich merke nur, dass Sie sich Sorgen machen. Hertha Silver. Ich bin Ihr Arzt. Sie sind in guten Händen. Er nickt. Okay, ich werde vorbeikommen. Danke Ihnen. Kein Problem. Dafür bin ich da. Zwei. Nachdem er gegangen ist und ich die letzten Patienten behandelt habe, setze ich mich an meinen Laptop und google, um zumindest grob das Feld abzustecken, in welches ich die Krankheit einordnen lassen könnte. Aber ich finde nichts. Kein einziger Eintrag. Eine Verwandlung in Edelmetall oder etwas, das so wirkt, gibt es nicht. Das ist eigentlich auch gar nicht möglich. Ich lächle. Vielleicht habe ich wirklich Glück und mache eine richtige Entdeckung. Das verändert ja nicht nur die Medizin, sondern stellt auch die Physik in Frage. Ich schlage in einem meiner Bücher über Hautkrankheiten nach, aber auch dort steht nichts, was nur annähernd passt. Dass sich die Haut verfärbt, ist nichts Besonderes. Dass sie zu Gold wird. Unmöglich. Brauchen Sie noch etwas? Fragt Franziska, meine Arzthelferin. Ich habe gar nicht gehört, dass sie hergekommen ist. Sie können gehen. Ich schaue nicht einmal auf. Bis morgen. Sie schließt die Tür zu dem Zimmer und ich das Buch. Ich schaue auf meine Hände und mustere jedes Fältchen. Das ist meine letzte Chance, in meinem Fachbereich irgendetwas Relevantes zu erreichen. In Gedanken gehe ich diverse Namen durch, die die Krankheit haben könnte. Alle natürlich mit meinem Nachnamen verbunden. Ich stehe auf und lege den Abstrich unter das Mikroskop. Aber ich kann nichts erkennen. Für eine richtige Probe muss ich wohl rabiater vorgehen. Es ist 22 Uhr, als ich die Praxis verlasse. Ich fühle mich zum ersten Mal seit langem wieder so, als hätte ich meinen Tag sinnvoll verbracht. Die Straßen rein und leer. Es sind keine 10 Minuten bis zu mir nach Hause. Marlene wird schon schlafen, aber das stört mich nicht. Im Gegenteil. Als ich unsere Wohnung betrete, bemerke ich, dass ich mich geirrt habe. Das Licht brennt noch und der Fernseher läuft. Bevor ich meine Schuhe ausgezogen habe, kommt sie schon in den Flur. Wo warst du? Ich war noch in der Praxis. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Sie meint das nicht als Frage. Warum hast du nicht angerufen? Frage ich gelassen und ziehe meine Schuhe aus. Sie sieht mich nur entnervt an und verlässt dann das Zimmer. Interessiert sie sich wirklich dafür? Hat sie tatsächlich Angst, dass ich ihr fremdgehe? Oder sucht sie nur nach einem Grund, um die Beziehung zu beenden? Mal schauen, wer zuerst einen findet. Ich hab deine Mutter heute angerufen, schallt es aus dem Wohnzimmer. Wie geht es ihr? Nicht besser, nicht schlechter. Okay. Vielleicht sollte ich sie mal wieder anrufen. Aber ihre Demenz macht ein Gespräch völlig belanglos. Ich gehe in die Küche, schenke mir ein Glas Wodka ein und warte darauf, dass der Fernseher verstummt und sie ins Bett geht. Später noch ein Glas und noch eins. Irgendwann höre ich endlich nichts mehr aus dem Wohnzimmer. Ich warte noch 20 Minuten, stache auf die Uhr und lege mich dann zu ihr ins Bett. Wie jeden Tag. 3 Als ich um 8 Uhr zur Praxis will, steht Herder Silver schon vor der Tür. Er hat nicht viel geschlafen. Das sieht man. Mit den grau melierten Haaren und dem leichten Übergewicht wirkt er ziemlich verbraucht. Es irritiert mich für eine Sekunde, dass er so schief dasteht. Aber das ist wohl das Gewicht des Armes. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das Angebot wirklich annehmen und so früh kommen, sage ich. Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich versuche verständnisvoll zu nicken. Ich schließe die Praxis auf und wir gehen rein. Meine Arzthelferin kommt erst um halb neun. Wir betreten das Behandlungszimmer und er setzt sich auf die Liege. Soll ich mich ausziehen? Ja bitte. Er zieht seine Handschuhe und das Hemd aus. Das Gold ist mittlerweile bis zur Mitte des Oberarms geklettert. Ich ziehe meine Handschuhe an und befühle das Material. Wissen Sie mittlerweile, was es ist? Fragt er. Ich schließe gerade ein paar Sachen aus, aber machen Sie sich keine Sorgen. Er wirkt nicht überzeugt, aber sagt nichts. Was machen Sie eigentlich beruflich? Frage ich, um die Stille zu überbrücken. Ich schreibe. Autor? Ja. Und nebenbei kleine Jobs, wenn es nicht so gut läuft. Er wirkt nicht so, als wäre es jemals gut gelaufen. Was schreiben Sie? Frage ich, als ich den Übergang zwischen Haut und Gold abtaste. Er ist nicht wirklich hart, aber auch nicht so weich, wie normale Haut sein sollte. Dies und das. Ich frage nicht weiter nach. Es interessiert mich eigentlich auch nicht. Um eine richtige Probe zu kriegen, müsste ich etwas von Ihrem Arm abfeilen. Sie spüren da nichts mehr, richtig? Nein, aber nur ganz oberflächlich. Wenn Ihr Arm wieder gesund ist, wird das schnell verheilen. Okay. Wenn's hilft? Weil mir nichts Besseres einfällt, hole ich mein Nagelset und feile damit ein bisschen vom Arm ab. Womit sollte ich es sonst machen? Es tut nicht weh, oder? Er schüttelt den Kopf. Nachdem ich etwas Goldstaub in einen Kolben gefüllt habe, verschließe ich ihn und stelle ihn auf den Schreibtisch. Ich muss nur noch ein paar Tests machen, dann... Noch mehr Tests? Ja, nur noch ein paar. Sollte ich nicht ins Krankenhaus gehen? Ich weiß nicht, ich... Er sucht nach Worten. Ins Krankenhaus. Das darf nicht passieren. So eine Chance hat man nur einmal im Leben. Herr da Silva. Machen wir es so. Wenn es zu schlimm wird, rufen Sie mich an. Ich gebe Ihnen meine private Nummer. Ohne seine Antwort abzuwarten, trete ich zum Schreibtisch, notiere die Nummer auf einem Zettel und halte ihn ihm hin. Und morgen kommen Sie einfach um dieselbe Zeit wie heute wieder hierher. In Ordnung? Er nickt und nimmt den Zettel. Kann ich mich anziehen? Natürlich. Aber ein Krankenhaus ist nicht nötig. Wirklich. Während er sein Hemd anzieht, sieht er mich eindringlich an. Er vertraut mir nicht. Das merke ich. Sie sind in guten Händen. Glauben Sie mir. Als er aus der Tür gegangen ist, kommt die Arzthelferin herein. Seit wann arbeiten Sie wieder so früh? Ziemlich nervöser Typ. Was hat er denn? Ich lege die Stirn kurz in Falten. Nichts besonderes eigentlich. Bauchschmerzen. Aber Hypochonder. Sie machen sich wirklich Mühe. Ich lächle und sie verlässt das Zimmer. Kurz darauf höre ich die Kaffeemaschine. Der Tag verläuft ereignislos. Kaum Patienten, bis auf ein paar ältere Damen mit irgendwelchen Wehwehchen. Als alle behandelt sind, gebe ich Franziska Bescheid, dass sie heute früher nach Hause kann. Oh, danke, sagt sie. Heute ist eh nichts los, meine ich, und sehe zu, wie sie wenige Minuten später die Praxis verlässt. Ich schreibe meiner Frau auf WhatsApp, dass ich heute wieder länger arbeite. Sie reagiert nicht. Danach untersuche ich die Probe, die ich abgefeilt habe, unter dem Mikroskop. Es ist erstaunlich. Bis auf ein paar Verunreinigungen scheint es wirklich Gold zu sein. Ich sehe mir ein paar Bilder im Internet zum Vergleich an. Und es wird klar, Gold. Als hätte ihn Midas höchstpersönlich angefasst. Nur, dass es eben etwas länger dauert. Aber wie soll man sowas behandeln? Amputation wahrscheinlich. Dass er trotzdem noch stehen kann, verwirrt mich. Vielleicht ist es leichter als normales Gold? Ich setze mich an einen Artikel und entscheide mich, Herrn Dassilver morgen an ein Krankenhaus zu überweisen. Es wird nicht einfach für ihn. Aber für mich wird das alles ändern. Als ich einen Absatz beende, zögere ich. Sollte er mich nicht interessieren? Ich nehme noch einen Schluck Kaffee und überlege, wie ich das dem Krankenhaus erklären soll. Am Ende verklagt er mich noch wegen Fahrlässigkeit. Ich stelle es einfach so dar, als wäre es anfangs nur eine Verfärbung und Verhärtung gewesen, die ich nicht einordnen konnte. Und dass jetzt erst klar geworden ist, dass sich das Ganze ausbreitet und tatsächlich Gold ist. Aber letzten Endes, ob er nur den Anfang oder auch ein größeres Stück des Oberarms verliert, macht das wirklich einen Unterschied für seine Behinderung? Und vielleicht kann man so die Krankheit besser untersuchen und anderen Leuten helfen. Morgen früh schicke ich ihn zum Krankenhaus, nachdem ich ihn nochmal eingehend befragt habe, um die genauen Symptome zu notieren. Ich schreibe kurz eine E-Mail an Franziska, dass sie alle Termine für morgen absagen soll und ich die Praxis nicht öffnen werde. Der Artikel ist halb fertig und es fühlt sich gut an, die Buchstaben zu sehen. Ich klappe meinen Laptop zu, verlasse die Praxis und gehe nach Hause. Auf dem Weg schaue ich noch einmal auf mein Smartphone. Immer noch keine Reaktion. Es ist 21 Uhr, als ich vor der Wohnungstür stehe. Warum mache ich das überhaupt noch? Wofür? Ich krame nach dem Schlüssel und schiebe ihn in das Schloss. Wie auch gestern ist alles hell erleuchtet. Der Fernseher läuft. Hallo, sage ich. Nicht laut. Nur damit es eben gesagt ist. Hallo. Ich höre nichts außer dem Fernseher. Nachdenklich gehe ich zu dem Kühlschrank und hole mir ein Bier. Dann setze ich mich zu Marlene, die in eine Decke eingewickelt da liegt. Sie schaut mich nicht mal an. Eine Wiederholung irgendeiner Reality-Soap läuft. Ich mache mein Bier auf. Wie war dein Tag? Frage ich irgendwann. Nichts Besonderes. Irgendwas auf der Arbeit? Ich hatte frei. Okay. Wir starren wortlos geradeaus. Ab und an nehme ich einen Schluck Bier und stehe dann auf, um noch eins zu holen. Willst du auch eins? Frage ich und schwenke die Bierflasche ein wenig, um ihr zu zeigen, was ich meine. Aber sie schaut nicht einmal her. Nein. Als ich den Kühlschrank aufmache, klingelt mein Smartphone. Wer kann? Eine fremde Nummer. Ich nehme ab. Hallo? Scheiße, es wird immer schneller. Sie müssen mir helfen. Ich schaue mir das gern morgen an. Sie können... Sie müssen jetzt kommen. Jetzt! Bleiben Sie ruhig. Ficken Sie sich mit Ihrem Ruhigbleiben! Herda Silva. Mein ganzer verfickter Arm ist ein Klumpen Metall. Das Zeug ist schon fast bei meiner Schulter. Können Sie zur Praxis kommen. Also jetzt, nicht morgen. Sie kommen zu mir. Ich kann kaum noch laufen. Das ist jetzt schon bei meinen Füßen. Scheiße, bringen Sie das in Ordnung. Wo wohnen Sie? Er diktiert mir die Adresse. Ich verabschiede mich mit dem Versprechen, so bald wie möglich dort zu sein und lege dann auf. Mein Herz hämmert. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Wer war das? Ich schrecke zusammen. Marlene steht im Türrahmen. Ein Patient, sage ich. Du kannst dich ruhig selbst verarschen. Ich muss los, es ist ein Notfall. Du fixt eine andere. Einen Augenblick lang starren wir uns nur an und ich denke kurz nach. Dann massiere ich meine Nasenwurzel und sage, Ja, schon seit einem Jahr. Ich werde die Wohnung kündigen. Zieh bitte in den nächsten drei Monaten aus. Sie weint nicht. Sagt gar nichts. Nachdem wir uns eine knappe Minute anschweigen, verzieht sie sich wortlos ins Wohnzimmer. Es gibt schon lange nichts mehr zu sagen. Schon sehr lange nicht mehr. Ich habe ihr einen Gefallen getan. Ich habe uns einen Gefallen getan. Gehetzt streife ich die Schuhe über, nehme die Autoschlüssel aus der Schale und stolpere nach unten in die Tiefgarage, die wir uns mit den Häusern ringsum teilen. Herder Silver wohnt etwas außerhalb. Ich würde jetzt lieber zu einer Geliebten fahren. Mit einem Klicken entriegelt sich mein BMW und ich steige ein. Ich fahre bis zum Tor heran, schiebe einen Schlüssel in das Gerät, drehe ihn und es hebt dich quälend langsam. Wieder klingelt mein Smartphone. Wo sind sie? Er weint oder hat geweint. Unterwegs. Ich sitze im Auto. Bin gleich da. Es ist fast an meiner Brust. Ich kann sehen, wie es wächst. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Mit einem Tastendruck beende ich das Gespräch und überlege, einen Krankenwagen zu rufen. Ich weiß, dass ich es tun sollte, aber... Ich tippe die 112 und lasse meinen Finger einen Moment über dem Rufzeichen kreisen. Aber dann stecke ich das Smartphone weg und drücke aufs Gas. Ich bringe ihn selbst zum Krankenhaus. Ich bringe das in Ordnung. Es sind nur wenige Autos unterwegs. Als ich das Viertel, in dem er wohnt, erreiche, scanne ich die Straßen, bis ich endlich die Adresse finde. Eine Reihenhausgegend. Eine der ärmlicheren. Ich parke vor Nummer 17 und gehe zur Tür. Auf meinem Smartphone sehe ich, dass er mich noch einmal angerufen hat. Ich klingele und keine Sekunde später ertönt das Summen. Wahrscheinlich hat er direkt an der Tür auf mich gewartet. Ich stürme die Treppe hoch und erreiche ihn atemlos. Er hat nur ein T-Shirt und eine Jeans an. Sein Einerfuß ist mittlerweile schon halb aus Gold. Alles, was ich von seinem Arm sehen kann, ist Gold und wirkt absolut unbeweglich. Ich hätte einen Krankenwagen rufen sollen. Er ist völlig am Ende mit seinen Nerven. Wie schlimm ist es, frage ich und schließe die Tür hinter mir. Er zieht das T-Shirt unbeholfen aus und ich sehe, dass das Gold mittlerweile den oberen Teil seiner Brust erreicht hat. Man kann mit bloßem Auge erkennen, wie es sich langsam weiter ausbreitet. Ich kann meinen scheiß Arm nicht einmal mehr in eine andere Position bringen. Ich verrecke hier. Tut mir leid, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Sie juckt das doch gar nicht. Ihnen ist das doch scheißegal. Ich habe gegoogelt. So eine Krankheit gibt es nicht. Man verwandelt sich nicht einfach in Gold. Ich sollte sicher nicht von einem Dorfarzt behandelt werden. Ich sollte in irgendeiner Spezialklinik sein. Haben Sie einen Krankenwagen gerufen? Frage ich kalt. Nein, Sie wollten sich... Sie hätten einen Krankenwagen rufen sollen. Sie Arschloch! Sie haben gesagt, Sie würden sich um mich kümmern! Ein Schritt in meine Richtung. Gehen Sie zurück. Ich weiß nicht, ob Sie ansteckend sind. Er bleibt stehen und starrt mich an. Legen Sie sich auf den Boden, sage ich leise. Ich kümmere mich darum. Okay. Okay. Sagt er atemlos. Das Gold kriecht langsam über seine Brust. Als er sich hinknien will, fasst er sich plötzlich mit dem gesunden Arm an die Brust und seine Augen weiten sich abnorm. Was ist? Frage ich. Scheiße, tut das weh! presst er hervor. Ein Infarkt. Das Gold hat sein Herz erreicht. Tun Sie doch was! Helfen Sie mir! brüllt er. Ich stehe nur da und stache ihn an. Vier. Fünf Minuten später ist er tot. Fünf. Ich weiß nicht, wie lange ich regungslos dagestanden und zugesehen habe, wie sich das Gold nach seinem Tod langsam weiter ausgebreitet hat. Irgendwann habe ich sein Bad durchsucht, Einweghandschuhe gefunden und ihn in ein Laken, das ich aus dem Schlafzimmer hatte gerollt und dann eingewickelt. So wie es sich ausbreitet, muss es ansteckend sein. Nicht über die Luft, sonst wären ich und andere schon längst infiziert. Die Wohnung ist lächerlich winzig. Ein Schlafzimmer, das kaum Platz für ein Bett bietet. Ein kleines Bad, nur eine Dusche und eine Küche, in der er auch isst. Manch einen trifft es noch schlechter. Das wird einem selten klar. Ich schleife das Laken bis zur Tür. Noch weiß ich nicht, was ich mit ihm machen soll, aber hier kann er nicht bleiben. Vorsichtig öffne ich die Wohnungstür, horche, ob alles ruhig ist und stolpere fast die Treppen nach unten, während der Kopf von Herrn da Silva immer wieder auf die Stufen aufschlägt. Als ich auf der Straße bin, ziehe ich ihn weiter. Es ist alles dunkel, aber vielleicht ist jemand von seiner Schreierei aufgewacht. Ich hiefe ihn unter Schmerzen auf die Rückbank und fahre so vorbildlich, wie es mir nur irgend möglich ist, durch die Straßen. Zum Glück keine Polizei. Spontan entscheide ich mich dafür, dass ich ihn in die Praxis bringe. Heute wird sowieso niemand kommen. Dort kann ich überlegen, wie ich weiter vorgehen soll. Es ist kurz nach zwölf, als ich aussteige. Niemand zu sehen. Eine Kleinstadtnacht wie jede andere. Mehr als einmal überprüfe ich die Straßen. Aber hier ist wirklich niemand. Nicht mal eine Katze. Ich ziehe ihn von der Rückbank, packe ihn und lasse ihn auf die Straße fallen. Keuchend ziehe ich ihn durch den Eingang der Praxis und hiefe ihn auf die Liege. Zum Glück ist das Ding stabil. Ich weiß, dass ich die Polizei rufen sollte. Aber was dann? Sie würden mich wegsperren. Sonst nichts. Arzt lässt Patient kaltherzig sterben. Schlagzeilen. Falls es gut läuft, werde ich nur meine Approbation verlieren. Einige Minuten lang sitze ich hinter meinem Schreibtisch und stache auf die Bahre. Worauf warte ich? Dass er sich plötzlich aufrichtet und rausspaziert, von einem Auto überfahren wird und ich aus dem Schneider bin? Als die Sonne aufgeht, schreibe ich meiner Praxishelferin eine E-Mail, dass ich krank bin und es nicht so aussieht, als würde ich diese Woche arbeiten können. Alle Termine absagen und irgendwie eine Lösung finden. In so kurzer Zeit habe ich alles verloren. Mein Zuhause, meine Frau, meine Zukunft. Aber vielleicht, vielleicht brauche ich das auch. Vielleicht muss ich einfach diese ganze Scheiße loswerden. Nur was soll ich mit der Leiche machen? Sie auflösen? Sie in den See werfen? Keine Ahnung. Da würde sie niemand finden. Tote kommen immer wieder hoch. Aber Gold nicht. Gold bleibt auf dem Grund. Vielleicht werde ich wirklich zum nächsten größeren Fluss fahren und die Leiche einfach reinwerfen. Morgen Nacht. Ich sitze noch ein paar Stunden lang in dem Zimmer herum. Regungslos. Höre, wie draußen der Verkehr überhand nimmt und wieder abeppt. Ich muss hier raus. Ich kann hier nicht denken. Nicht an diesem Ort. Noch einmal blicke ich zum Laken. Dann gehe ich. Ich schließe zweimal ab. 6 Ich setze mich in die nächste Kneipe und bestelle einen Screwdriver. Hier rauchen zwar alle, aber sonst hat nichts in der Nähe offen. Der Barkeeper versucht zweimal ein Gespräch anzufangen, aber bemerkt schnell, dass ich kein Bedürfnis zu reden habe. Gegen Mittag will ich zahlen, aber ich habe nicht genug Geld dabei. Kann ich hier mit Karte zahlen? Nee. Er sieht genervt aus. Ich muss kurz Geld holen. Ist das okay? Eigentlich nicht, sagt er. Ich fixiere ihn. Ich lasse meinen Ausweis hier. Ist das dann okay? Er nickt. Ich krame meinen Ausweis hervor und drücke ihn in seine Hand. Das scheint ihn zufriedenzustellen. Bis gleich. Beeil dich. Kurz will ich mich aufregen, aber dann wird mir klar, dass er wahrscheinlich jeden Tag mit Leuten wie mir zu tun hat. Nur, dass ich wirklich zahlen will. Ich stehe auf, trete auf die Straße und gehe zum nächsten Bankautomaten. Es ekelt mich an, dass ich wie ein Aschenbecher rieche. Aber irgendwie muss ich die Zeit bis heute Nacht rumkriegen. Die Option, Herrn da Silva, den Goldmann, einfach zu versenken, scheint noch am sinnvollsten. Und dann irgendwie weitermachen. Der Automat schluckt meine Karte und ich schaue zuerst auf den Kontostand. Und zucke zusammen. Im Minus. Nicht 100 oder 200 Euro. Mehrere tausend Euro. Vor wenigen Tagen hatte ich knapp 10.000 Euro auf dem Konto. Wie konnte das? Marlene. Ich schlucke. Scheiße, scheiße, scheiße. Das hätte ich ihr niemals zugetraut. Ich lasse mir die Karte ausgeben und hebe mit meiner Kreditkarte genug ab, um den Barkeeper zu bezahlen. Dass der mir die Polizei auf den Hals setzt, kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Zuerst gehe ich zurück zur Bar, tausche Geld gegen Ausweis und dann laufe ich nach Hause zurück. Marlene hat Zugriff auf mein Online-Banking. Schon immer. Daran habe ich einfach nicht gedacht. Ich schließe die Wohnung auf, als ich endlich angekommen bin. Stille. Ich zittere und sehe mich um, als könnte sie mich jeden Moment anfallen und umbringen. Marlene? Nur leise. Keine Reaktion. Dann lauter. Marlene! Keine Reaktion. Ich gehe ins Wohnzimmer. Niemand da. Im Schlafzimmer auch nicht. Ich schaue sogar im Bad nach. Als würde sie sich in der Badewanne verstecken. Natürlich nicht. Marlene! Rufe ich noch ein letztes Mal. Keine Reaktion. In der Küche finde ich schließlich einen Zettel, auf dem einfach nur Arschloch steht. Das war's dann wohl. Scheiße. Nach ein paar Gläsern Wodka entscheide ich mich, Marlene anzurufen. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Ich drücke auf das grüne Symbol und direkt schaltet sich die Mailbox ein. Hier ist Marlene Perez. Ich bin im Moment nicht da, aber du kannst mir gerne eine Nachricht hinterlassen. In weniger als einem Monat muss ich Miete zahlen. Für die Wohnung und die verdammte Praxis. Dann noch Franziska und die Scheißschulden muss ich auch irgendwie begleichen. Ich schenke mir ein weiteres Glas Wodka ein. 7 Als der Abend anbricht, ziehe ich mich um. Dusche und mache mich auf zur Praxis. In der Hoffnung, dass sie mir zumindest noch ein paar hundert Euro liegen lassen hat, habe ich die Wohnung abgesucht. Aber da ist nichts. Zwei Zehner und einen Fünfziger habe ich zumindest in meinem Schreibtisch gefunden. Da ist die wohl nicht dran gegangen. Die Straßen sind noch befahren und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, beobachtet zu werden. Wer sollte sich für mich interessieren? Es ist dumm, sich darüber Gedanken zu machen. Ich schließe die Praxis auf und sehe mich erst einmal überall um, ob Franziska oder Marlene hier waren. Aber es scheint alles wie immer. Ich schalte den Laptop an und setze mich an den Schreibtisch. Franziska hat mir mittlerweile geantwortet. Zumindest eine Sache, die klappt. Ich merke, dass mir die Augen zufallen. Wie lange bin ich schon wach? Es fühlt sich falsch an, sich jetzt hinzulegen. Aber ich kann sowieso nichts tun im Moment. Soll ich die Leiche tagsüber entsorgen? Ich stelle mir am Smartphone ein paar Wecker, damit ich gegen Mitternacht wieder wach bin und mich um alles kümmern kann. Ich lege mich im Wartezimmer auf die Couch und versuche nicht, an die ganzen Tropfnasen zu denken, die sonst hier sitzen. Ich lege mich im Wartezimmer auf die Couch und versuche nicht, an die ganzen Tropfnasen zu denken, die sonst hier sitzen. 8 Ich wache auf, als die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster dringen und seufze. Scheiße. Warum habe ich mich überhaupt hingelegt? Noch ein Tag zu viel mit dem Goldmann. Ich hole mir zwei Croissants aus der Bäckerei auf der gegenüberliegenden Straßenseite und mache mir Kaffee, als ich zurück bin. Es beruhigt mich, dass ich auf der Titelseite der Lokalzeitung, die dort auslag, keinen Aufruf nach Hinweisen zu einem verschwundenen Autor gesehen habe. Ich setze mich an den Schreibtisch und fange an zu essen. Ich denke über Zeiten nach, als Marlene noch mit mir gefrühstückt hat. Jeden Morgen. Das war uns wichtig. Jetzt leistet mir ein toter Gesellschaft. Ich sehe zu ihm und runzle die Stirn. Nachdem ich gegessen habe, gehe ich zum Goldmann. Ich ziehe mir Handschuhe an. Und dann zögere ich einen Moment. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich das, was auch immer jetzt darunter ist, jeden Moment anfallen könnte. Mein Herz hämmert und ich stache wieder aufs Laken. Ich muss ihn loswerden. Ich werde noch verrückt. Vorsichtig decke ich ihn auf und stelle fest, dass er mittlerweile fast komplett aus Gold besteht. Noch nicht ganz, aber vielleicht hat es sich verlangsamt, weil er gestorben ist. Sein Gesicht, sein Torso, seine Beine, seine Arme. Seine linke Hand ist noch frei. Sein linker Fuß ebenfalls. Zumindest ist der Knöchel noch hautfarben. Und ich sehe, wie es immer weitergeht. Das Gold frisst ihn komplett auf. Er glänzt in der Vormittagssonne und blendet mich, als wäre er ein poliertes Schmuckstück. Und dann kommt mir ein Gedanke. Wie ich meine ganzen Probleme lösen kann. Ich setze mich an den Laptop, schaue im Internet nach dem momentanen Preis für eine Unze Gold und nach einigen Händlern in der Nähe. Vielleicht kann ich ihn verkaufen. Er ist doch nur eine Statue. Was soll ich denn sonst mit ihm machen? Ihn interessiert das schließlich herzlich wenig. Ich rufe die erste Person an, die in der Nähe mit Gold handelt. Einer dieser Läden, die jeden Schmuck einschmelzen und denen man auch Gold per Post senden kann. Nachdem ich den Mann am anderen Ende der Leitung kurz begrüßt habe, fragt er auch direkt, was ich zu verkaufen habe. Es geht hier offensichtlich nicht um dreimal Zahngold, wenn sie so früh anrufen. Eine Statue. Von einem Menschen. So eine kleine? Vergoldet? Nein. Ähm. Eine komplette Statue. Lebensgröße. Zu 100% aus Gold. Der Mann an der anderen Seite sagt ein paar Sekunden lang nichts. Sind sie noch da? Frage ich. Jaja. Moment, kann ich vorbeikommen? Also, ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Er lacht. Wo sind sie? Ich gebe ihm die Adresse durch und dann verabschiedet er sich auch schon. Völlig perplex sitze ich da. So einfach geht das? Natürlich wird er mir nicht so viel zahlen, wie er wert ist, aber das ist so viel Gold, dass es alle Schulden tilgen müsste. Vielleicht genug, um irgendwo neu anzufangen. Raus aus der Stadt. Raus aus... Ein unangenehmes Gefühl macht sich in mir breit. Als wäre jemand in der Nähe. Irgendwer ist hier. In der Praxis? Hallo? Rufe ich. Der Typ von diesem Goldshop ist bald da. Ich kann nicht noch mehr Probleme gebrauchen. Ich durchsuche alle Räume und schaue sogar in den größeren Schränken, hinter Türen und unter Tischen, ob irgendjemand hier ist. Niemand ist da. Ich gehe zurück zum Goldmann. Die Hand ist mittlerweile verschluckt. Der Fuß noch nicht ganz. Nur noch ein paar Zentimeter. Ich hoffe, dass er, bis der Mann kommt, komplett aus Gold besteht. Aber... Warum sollte so eine Statue Kleidung anhaben? Wie soll ich das erklären? Kunst? Und was ist, wenn es wirklich ansteckend ist? Ich muss es wohl einfach riskieren. Er wird sicher nicht so dumm sein und tagelang warten, bis er zum Arzt geht, falls er sich wirklich anstecken sollte. Ich greife in die Hosentaschen und hole einen Geldbeutel heraus, einen Schlüssel und ein uraltes Handy. Ich verstaue es in meinem Schreibtisch. Und dann klopft es auch schon. Das ging schneller als gedacht. Plötzlich wirkt es für mich problematisch, dass der Goldmann auf der Bahre liegt. Aber ich habe keine Zeit mehr, um ihn herzurichten. Hoffentlich stellt der Händler keine dummen Fragen und die ganze Sache ist schnell erledigt. Es klopft noch einmal und ich gehe zur Tür, öffne sie und sehe einen dürren Typen. Sie haben angerufen, oder? Fragt er. Ich nicke. Wo ist denn das gute Stück? Ich lasse ihn reinkommen und bringe ihn ins Behandlungstimmer. Shit. Entfährt es dem Mann. Wie heißen Sie überhaupt? Frage ich. Auf der Website stand nichts. Er ignoriert meine Frage. Kann ich mal anfassen? Ja, aber mit Handschuhen. Äh, das ist ein... Kunstwerk. Hat eigentlich viel sentimentalen Wert, Sie verstehen. Klar, klar, klar. Erleichtert bemerke ich, dass sein Knöchel mittlerweile komplett mit Gold überzogen ist. Herr das Silber hat mich nicht im Stich gelassen. Ich reiche dem Mann die Handschuhe und fühle mich unwohl. Er berührt ihn an verschiedenen Stellen und grundzufrieden. Und? Frage ich. Das ist viel wert. Auf jeden Fall 100% Gold. Aber auch heiße Ware. Offensichtlich. Heiße Ware? Die Statue ist gestohlen. Was denn sonst? Also, ich... Bitte sparen Sie sich das. Ich rieche das 100 Meter gegen den Wind. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also sehe ich einfach zu, wie er den Mann umdreht. Ich gebe Ihnen 2000 für das gute Stück. Sie werden das Hundertfache damit verdienen. Können sein, können sein, murmelt er und begutachtet ihn weiter. Dann beugt er sich vor. Oh shit, das Laken auch? Ich runzle die Stirn, bin verwirrt und trete näher heran. Tatsächlich ist das Laken an der Stelle, an der sein Kopf lag, nun auch aus Gold. Das breitet sich ja aus. Ich mache einen Schritt darauf zu und sehe, wie das Gold ganz langsam das Laken überzieht. Sie sind Alchemist oder sowas. Das ist eine scheiß Goldgrube. Er lacht. Zahlen Sie mir jetzt mehr? 10.000? Damit könnte ich zumindest meine Schulden bezahlen. Er dreht sich zu mir um, lächelt und sagt dann ganz langsam, ich zahle gar nichts. Sie gehen. Sie können mich doch nicht aus meiner Praxis rauswerfen. Ich kann auch die Polizei rufen, wenn Ihnen das lieber ist. Offensichtlich liegt hier mindestens ein Diebstahl vor. Und als Käufer von Gold bin ich ja verpflichtet, sowas zu melden. Ich will etwas sagen, aber aus meinem Mund kommt nur ein Krächzen. Verpissen Sie sich, sagt er mit Nachdruck. Ich, ich, ich habe Patienten, stammle ich. Sagen Sie ab. Verkaufen Sie einen Ihrer Keukarpfen oder so und heulen Sie nicht so viel. Sie sind doch Arzt. Einen Augenblick stache ich ihn nur an. Okay, Sie wollen nicht gehen. Offensichtlich. Er zückt sein Smartphone und fängt an zu tippen. Wie er starrt, höre ich das leise Tuten. Ja, hallo? Spreche ich mit der Polizei? Hier spricht, ähm, Thomas Müller. Ich schaue ihn verzweifelt an, nicke und flüstere. Ich gehe. Bitte legen Sie auf. Ja, ich möchte etwas melden. Er wendet sich von mir ab. Ich flehe Sie an. Bitte. Da ist ein Falschparker in meiner Straße. Rosenallee. So ein roter Twingo. Die Pessoa-Straße. Total auf dem Bordstein. Das geht gar nicht. Okay, danke. Danke. Schließlich legt er auf. Jetzt gehen Sie. Beim nächsten Mal ist es kein Falschparker. Wann kann ich wiederkommen? Nächsten Monat wäre in Ordnung. Ich drehe mich um und verlasse die Praxis. Als ich auf der Straße stehe, überlege ich selbst, die Polizei anzurufen. Aber wie würde das enden? Wenn ich alles verlieren sollte, kann ich mich immer noch hocharbeiten. Wenn ich ins Gefängnis komme, nicht. Wie viele Jahre stehen auf Mord? Oder wäre das Totschlag? Diebstahl? Betrug? Ich mache mich auf den Heimweg und will einfach nur, dass alles wieder normal wird. Dass ich eine schlechte Ehe und einen langweiligen Beruf habe. Hätte sich dieser Herr der Silver nicht eine andere Praxis aussuchen können? Als ich endlich meine Wohnung betreten habe, schließe ich zweimal ab und lasse den Schlüssel stecken. Irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass Marlene zurückkommen könnte oder dass irgendjemand sonst eindringen will. Wieder überlege ich, ob ich die Polizei rufen soll. Aber stattdessen schreibe ich Franziska, dass ich auch nächste Woche nicht kommen werde. Irgendwann raffe ich mich auf und sehe an meinem Computer nach, wie viel mein Fernseher noch wert ist. Hier hängen auch noch ein paar Originale, die ich zu Geld machen kann. Alles zusammen wird vielleicht genug sein, um die Schulden und die laufenden Kosten bezahlen zu können. Letzten Endes wird in ein paar Wochen alles wieder normal sein. Vielleicht wird das doch der Neuanfang, den ich mir gewünscht habe. Aber was ist, wenn sich plötzlich jemand um Herrn der Silver schert? Wenn der Vermieter keine Miete mehr bekommt und irgendwann die Tür aufbricht? Fingerabdrücke von mir. Und ich habe noch immer seine Sachen im Büro. Scheiße. Es ist kurz nach zwei Uhr nachts, als ich in die Straße einbiege, in der meine Praxis steht. Kein Licht brennt. Ich zittere, als ich den Schlüssel in das Schloss schieben will. Bis ich merke, dass sie nur angelehnt und gar nicht verschlossen ist. Wie sollte der Typ auch ohne großes Aufsehen wieder reinkommen, wenn er keinen Schlüssel hat? Ich drücke die Tür auf und sehe, dass ein einfacher Klebestreifen den Verschlussmechanismus blockiert. So einfach. Als ich eintrete, hämmert mein Herz. Aus Angst, dass hier jemand sein könnte. Aber alles ist sicher. Ich schalte das Licht an. Niemand hier. Auch nicht der Goldmann. Nicht mal das Laken. Nur die Liege steht noch da, wo sie sein soll. Nur, dass sie nicht so aussieht, wie sie aussehen sollte. Ein breiter, goldener Streifen zieht sich über das ganze Gestell. Aber darum kann ich mich gerade nicht kümmern. Ich öffne die Schreibtischschublade, ziehe das ehemalige Hab und Gut von Herrn Dersilver heraus und stecke es ein. Die 20 Euro, die er in seiner Brieftasche hat, lasse ich aber hier. Außerdem nehme ich ein Stofftuch mit. Das werde ich zum Abwischen brauchen. Ich habe nicht viele Dinge in seiner Wohnung angefasst, aber ganz sicher die Handschuhbox und die eine oder andere Türklinke. In den Straßen ist ungewöhnlich viel Verkehr für die Uhrzeit und ich fühle mich von jedem einzelnen Wagen verfolgt. Bis mir einfällt, dass es Freitag ist und ich mich kurz entspanne. Schließlich erreiche ich die Wohnung, steige aus und stelle fest, dass hier kein Absperrband oder Sonstiges ist. Ich schließe sie auf und öffne die Tür nur einen Spalt. Nicht zu sehen, nicht zu hören. Die Tür schwingt auf und ich mache das Licht an. Meine Augen müssen sich ein paar Sekunden lang an die Helligkeit gewöhnen. Aber dann sehe ich klar und mir entfährt ein erstickter Schrei. Vor mir mitten im Raum ein riesiger goldener Kreis, der sich immer weiter ausbreitet. Wie? Er lag doch nur wenige Minuten hier. Vorsichtig umkreise ich den Fleck und beobachte die Ränder, die sich Stück für Stück ausdehnen. Was ist hier passiert? Vielleicht ist er zu hart aufgeschlagen und ein Partikel hat sich gelöst und sich ungehindert vergrößert. Mir wird klar, in wenigen Tagen wird es in meiner Praxis genauso aussehen. Vor meinem inneren Auge machen sich vergoldete Häuser breit. Goldene Straßen. Eine goldene Stadt. Ich wische alles ab, was ich angefasst haben könnte. Auch alles, was ich von ihm dabei habe. Und gehe in die Küche. Es ist besser, wenn ich so wenig von ihm habe wie möglich. Ich kann nicht einordnen, wo es herkommt, lege die Sachen ab und verschwinde mit pochendem Herzen aus der Wohnung. Was machen Sie da? Ich schrecke zusammen und für einen Moment habe ich Angst, dass mein Herz stehen bleibt. Eine Frau steht an der Treppe. Es ist zu dunkel, als dass ich ihr genaues Alter bestimmen könnte. Tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe. Ich habe Geräusche gehört. Was haben Sie da gemacht? Ich, ähm, setze ich an. Ich war zu Besuch. Welcher Besuch geht denn um drei Uhr morgen? Oh, sie grinst. Hab ich's doch gewusst. Ähm, was gewusst? Naja. Sie zuckt mit den Schultern und hört nicht auf zu lächeln. Gute Heimfahrt. Entschuldigen Sie die Störung. Kein Problem. Ich bin froh, dass Daniel mal wieder unter Leute kommt. Ich nicke und lächle verkrampft. Sie geht wieder nach unten und zurück in ihre Wohnung. Ich warte noch eine halbe Minute und verschwinde dann. Ein Zeuge hat mir gerade noch gefehlt. Hoffentlich hat sie im Halbdunkel mein Gesicht nicht richtig erkannt. Aber zumindest scheint sie sich keine Sorgen zu machen. Bei meinem Wagen angekommen, kommt mir ein unangenehmer Gedanke. Ich spähe durch das Fenster und sehe, was ich sowieso schon befürchtet habe. Ich öffne die Tür und beuge mich über die Rückbank. Ein goldener Fleck. Noch nicht groß, aber auch hier, wenn ich nah herangehe, sehe ich, wie er sich ausbreitet. Ich zucke zurück. Was, wenn dich jetzt jemand schubst oder anrempelt? Mit einem Knall schließe ich die Tür wieder und schüttle den Kopf. Niemand ist unterwegs. Niemand ist hinter mir her. Noch ist alles gut. Noch. Auch auf dieser Fahrt habe ich Angst, dass mich die Polizei anhält. Wie würde ich diesen Fleck erklären? Was soll ich sagen, wo ich gewesen bin? Hunderte Fragen, auf die ich keine Antwort geben kann. So oder so kann ich das Auto nicht mehr lange benutzen. Nicht nur, weil es anders aussieht. Wenn alles aus Gold ist, wird der Motor nicht mehr funktionieren. Die Sonne geht gerade auf, als ich vor meiner Praxis halte. Ich gehe rein und entferne den Klebestreifen. Ich glaube nicht, dass der Typ nochmal auftaucht. Im Behandlungszimmer sehe ich, dass sich der längliche Fleck bis auf die Wand ausgebreitet hat. Wird jedes Material besetzt? Ich mache meinen Schrank auf und suche das Röhrchen mit der Goldstaubprobe, die ich abgekratzt habe. Und tatsächlich. Alles aus Gold. Panik. Bin ich wirklich nicht infiziert? Ich lasse die Rollladen herunter, ziehe mich aus, gehe ins Badezimmer und versuche, so gut es geht, meinen Körper abzusuchen. Wenn ich infiziert wäre, wäre es wahrscheinlich längst eine größere Stelle. Aber ich kann nichts erkennen. Wie lang wird es dauern, bis meine ganze Praxis aus Gold ist? Selbst wenn ich wollte, wüsste ich gar nicht, wem ich das melden sollte. Dem Seuchenschutz? Der Polizei? Und was sollte ich sagen, wie das entstanden ist? Als ich zurückgehe und auf die Liege schaue, wird mir klar, dass ich weg muss. Hoffentlich wird das Apartment von Herrn Dersilver zuerst mit Gold überzogen. Ich versuche mir auszumalen, wie schnell es in beiden Fällen gehen würde. Die Wände hier sind dick und vom Eingang ist es weit entfernt. Beim Apartment wird es schneller gehen. Aber trotzdem kann ich hier nicht auf Dauer bleiben. Höchstens noch ein paar Tage. Die Praxis wird geschlossen werden müssen. Franziska kündigen, die ganzen anderen Verträge auflösen. Und irgendwo neu anfangen? Wie soll ich überhaupt das Geld auftreiben, um wieder auf den grünen Zweig zu kommen? Dieses Gold wird mich immer wieder einholen. Ich kann nicht mehr. Ich lege mich auf die Couch, um noch ein paar Stunden zu schlafen. Ich sitze hinter meinem Schreibtisch und vor mir sitzt Herr Dersilver. Komplett in Gold gehüllt. Jeder einzelne Zentimeter ist belegt. Fass mich an, flüstert er. Fass mich an, fass mich an. Er wiederholt es immer und immer und immer wieder. Ich starre ihn nur an. Und dann sehe ich, dass das Gold den Schreibtisch überzieht. Ich stehe auf, aber hinter mir sind die Fenster auch schon aus Gold. Nichts mehr zu sehen. Panik. 10 Mein Herz hämmert, als ich aufwache. Ich schwitze. Es dauert einen Moment, bis ich mich wieder orientieren kann. Aber dann wird mir klar, dass ich geträumt habe. Aber ich schrecke noch einmal zusammen, als ich klar sehe. Mein Herz tut einen Moment lang weh. Ich kann nicht atmen. Es dauert einige Sekunden, bis ich mich überhaupt regen kann. Das Gold ist schon bis in den Flur gekommen und breitet sich zentimeterweise pro Sekunde aus. Ich sehe, wie sich langsam der Boden umwandelt, Stück für Stück. Der Tresen, hinter dem Franziska immer sitzt, ist schon vollkommen vergoldet. Die Bilder an den Wänden, die Wände selbst, der Computer, der Bildschirm. Und es hört nicht auf. Ich stehe auf und renne aus der Praxis. Wenn es jetzt Zentimeter sind, werden es bald Meter sein. Vor der Tür sehe ich meinen Wagen, dessen Kofferraum komplett mit Gold überzogen ist. Diverse Leute haben sich darum versammelt und starren ihn an. Ein Junge geht einen Schritt nach vorne und will das Gold berühren. Eine Sekunde überlege ich etwas zu sagen, aber kein Ton kommt aus meiner Kehle. Es tut mir leid, flüstere ich, als er es tatsächlich anfasst. Ich wende mich ab und sehe vor meinem inneren Auge, wie er in Sekunden mit Gold überzogen wird. Dann laufe ich los, renne, einfach nur weg von hier, um alles hinter mir zu lassen, bis ich das nächste Taxi erreiche. Zum Bahnhof bitte. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ich sage nichts. Schaue aus der Scheibe zu meinem Auto. Wortlos fährt der Fahrer los. Keine fünf Minuten später haben wir den Bahnhof erreicht und ich gebe ihm zehn Euro, verlasse den Wagen und gehe direkt zu den Automaten. Weil mir nichts Besseres einfällt, entscheide ich, zu meiner Mutter zu fahren. Wo soll ich sonst hin? Nachdem ich das Ticket gekauft habe, rufe ich bei ihr an. Die Pflegerin geht nach einigen Sekunden an das Telefon. Frau Strauß? Stamm. Guten Tag, hier ist der Sohn von Martha. Wie geht es ihr? Ganz gut, momentan keine Schmerzen. Sehr ruhig. Ich wollte für ein paar Tage vorbeikommen und sie besuchen. Ich würde heute Abend kommen. Natürlich, natürlich. Auch wenn das etwas kurzfristig ist. Ich habe mir für ein paar Tage freigenommen, um meiner Mutter wieder richtig Zeit zu widmen. Wann kommen Sie denn ungefähr vorbei? 21 Uhr bin ich am Bahnhof. 22 Uhr wäre ich wohl da. Das ist etwas spät, finden Sie nicht? Ich habe einen Schlüssel, das geht schon in Ordnung. Danke, bis später. Ich lege auf, verschwende keinen weiteren Gedanken an die Pflegekraft und gehe zu meinem Gleis, auf dem der Zug gerade einfährt. Ob sie mich überhaupt wiedererkennen wird? In den letzten Jahren wurde es immer schlimmer und meine Besuche immer seltener. Ich steige ein und setze mich in eines der Lehrerinabteile. Ein wenig überlege ich noch, aber als sich der Zug in Bewegung setzt und ich mich endlich von diesem Gold entferne, mache ich es mir so bequem wie möglich und schlafe ein. Wie geht es ihr wirklich, frage ich die Pflegerin? Sie ist stabil. Es ist kurz vor 8 Uhr und ich habe mich gestern so leise wie möglich in mein damaliges Kinderzimmer geschlichen. Als ihre Demenz anfing, hat sie alles wieder so hergerichtet, wie es war, als ich 17 war. Sie hat alles aufgehoben. Poster von Kraftwerk und den Skorpions, ein kaputter Walkman, Bücher, T-Shirts. Wenn sie damit glücklich ist, dann soll es wohl so sein. Wann steht sie auf? Meistens wecke ich sie um 9 Uhr. Wenn sie nicht gut einschlafen konnte, um 10 Uhr. Wir frühstücken dann zusammen und machen danach ein paar Übungen. Wenn sie möchten, können sie mitmachen. Das würde für etwas Abwechslung sorgen. Eigentlich will ich sie nicht wirklich sehen. Natürlich fühle ich mich schlecht, aber das ändert nichts daran. Wir können es gerne mal probieren, sage ich und lächle schief. Frau Stamm steht auf. Sie hat einen massigen Körper und steht sicher keine 5 Jahre vor ihrer Rente. Wer würde sich dann um meine Mutter kümmern? Damals, als es angefangen hat, haben Marlene und ich Monate nach einem Pfleger gesucht, mit dem sie klarkommt. Schlimm genug ist es, wenn Frau Stamm am Wochenende frei hat oder mal Urlaub nimmt. Aber zumindest hat meine Mutter die meiste Zeit jemanden, mit dem sie zufrieden ist. Fragt sie nach mir? Früher sehr oft. Mittlerweile nur selten. Einerseits beruhigt mich das, aber andererseits verletzt es mich. Vielleicht versuchen wir es morgen mit den Übungen. Ich will etwas spazieren. Frau Stamm nickt. Wie lange bleiben Sie eigentlich? Ich weiß noch nicht genau. Sie zieht die Augenbraue kurz hoch, aber lächelt dann wieder. Ich verlasse die Wohnung und trete auf die Straße. Frische Luft. Verkehrshintergrund rauschen. Ich gehe an einem Zeitungskasten vorbei und schaue auf die Schlagzeile. Ein Attentat in der Nähe. Nichts Nennenswertes. Ich setze mich auf eine Bank, die hier aufgestellt wurde. Stadtrandromantik. Ab und an Jogger, Hundehalter und viele Rentner. Nachdem sich der Zustand meiner Mutter verschlechtert hat, hat sie mir eine Vollmacht übertragen. Vielleicht kann ich mit einigen Reserven von ihrem Sparbuch meine Kosten erst einmal decken. Ich kontrolliere auf meinem Smartphone meine E-Mails und sehe, dass ich zwei von Franziska bekommen habe. Ich schalte das Smartphone aus. Muss nicht sein. Nicht jetzt. Für einen Augenblick schließe ich die Augen und genieße den Moment. Und dann spüre ich wieder diese Präsenz und öffne sie wieder. Mein Herzschlag beschleunigt sich und ich stehe wieder auf. Niemand ist hier. Niemand. Ich versuche mich zu beruhigen, aber gehe doch wieder direkt zur Wohnung. Schon wieder da? Fragt eine Stimme aus dem Wohnzimmer. Ich gehe hin und sehe Frau Stamm und meine Mutter. Ja, ich habe es mir anders überlegt, sage ich. Dann mustere ich meine Mutter eingehender. Sie sieht schwach aus. Hat viel abgenommen. Hallo Mama, sage ich. Sie schaut mich an, aber reagiert nicht wirklich. Zusammen mit Frau Stamm bereite ich das Frühstück vor. Zumindest schafft meine Mutter es, noch große Teile selbst zu essen. Nur ab und zu hilft ihr Frau Stamm. Meine Mutter sieht mich nur selten an. Ich weiß nicht, ob sie wütend ist oder einfach kein Interesse an mir hat. Nach dem Essen helfe ich abzuräumen, gehe dann zurück in mein Kinderzimmer und nehme mir eines der Bücher von damals. Karl May. Immer. Ich lege mich mit dem Buch aufs Bett und nehme mir etwas Zeit. Es tut gut, ein wenig abzutauchen. Irgendwann klopft es. Ja? Herr Pires, könnte ich Sie um einen Gefallen bitten? Natürlich. Was gibt es? Ich habe vor ein paar Tagen das Waschmittel nicht bekommen und für die nächste Wäsche brauche ich mehr, als wir noch haben. Könnten Sie 20 Minuten auf Ihre Mutter achtgeben? Natürlich. Ich stehe auf und fühle mich irgendwie beschämt. Ein erwachsener Mann sitzt in seinem Kinderzimmer und liest Abenteuer-Romane. Frau Stamm verlässt das Haus und ich setze mich zu meiner Mutter. Nicht auf dieselbe Couch, aber auf einen Stuhl in der Nähe. Sie würdigt mich keines Blickes, sondern starrt nur auf das Handballspiel, das gerade live übertragen wird. Seit wann magst du denn Handball? Schon immer. Früher hast du doch lieber Fußball geschaut. Nein, ich mag Handball. Weißt du noch, wie wir damals immer ins Stadion gefahren sind? Du hast Papa quasi angebettelt, dass er die Karten holt. Sie reagiert nicht, sondern verfolgt aufmerksam das Spiel. Aber auch wenn Punkte gemacht werden, löst das nichts in ihr aus. Ich hole das Buch und lese weiter. Sport hat mich nie besonders interessiert. Ab und an schaue ich zu ihr. Dann, bei einem Mal, starrt sie mich direkt an. Tief in die Augen. Als würde sie in mich hineinschauen wollen. Völlig emotionslos. Ohne den Blick abzuwenden, schließe ich das Buch. Mama? Frage ich. Alles in Ordnung? Geh zurück zum Gold. Was? Auf meinem ganzen Körper breitet sich eine Gänserhaut aus. Ich zittere. Ich mochte schon immer Handball. Fußball? Nein, nein. Was hast du gerade gesagt? Meine Stimme zittert. Sie schaut zurück zum Fernseher, als wäre nichts gewesen. Ich tue so, als würde ich lesen, aber beobachte sie weiterhin. Werde ich verrückt? Das war real. Ich habe mir das nicht eingebildet. Als Frau Stamm zurückkommt, entscheide ich doch noch einmal, das Haus zu verlassen. Um den Kopf frei zu bekommen und mir etwas Kleidung zu kaufen. Bis auf die Sachen, die ich sowieso anhabe, habe ich ja nichts mitgenommen. Wenn ich könnte, würde ich einfach verschwinden. Aber wohin? Zwölf. Es ist Abend, als ich zurück zum Haus komme. Ich habe eine Hose gekauft. Zwei Unterhosen. Ein weiteres Hemd. Ein paar Socken. Das muss reichen. Das Geld habe ich vom Konto meiner Mutter. Auch wenn ich da nie rangehen wollte. Noch ist genug drauf, um die Pflegerin jeden Monat zu bezahlen. Aber ich brauche mehr Geld. Ich werde später am Abend noch nach dem Sparbuch meiner Mutter suchen. Soweit ich mich erinnere, sind da noch fast 20.000 Euro drauf. Die komplette Erbschaft, die mein Vater ihr hinterlassen hat. Ich schließe auf und höre, dass die Pflegerin aufsteht und direkt zur Tür kommt. Sie werden gesucht. Ich starre sie einige Augenblicke lang an. Im Fernsehen kam ein Bericht. Sie fahnden nach ihnen. Warum? Irgendwas mit einem Autor. Die Polizei wird sicher bald hier auftauchen. Ich werde nicht lügen, wenn sie fragen, ob sie hier waren. Aber ich wollte ihnen Bescheid geben. Mein ganzer Körper spannt sich an. Danke. Presse ich hervor. Drehe mich um. Verlasse das Haus und ziehe die Tür hinter mir zu. Ich laufe los. In meinem Kopf kein einziger klarer Gedanke. Ich laufe und laufe und laufe und laufe und laufe und laufe und laufe. Alles verschwimmt. Alles ist falsch um mich herum. Es ist spät, als ich stehen bleibe. Ich bin in der Innenstadt. Jetzt ist kaum noch jemand unterwegs. Nur ich und ein paar Jugendliche. Die Obdachlosen haben sich längst einen Ort zum Schlafen gesucht. Warum ich? Warum genau ich? Es ist nicht zufällig, sonst würde es mich nicht so verfolgen. Ich streife noch länger durch die Stadt. Ich kann jetzt nicht schlafen. Nicht nach allem, was passiert ist. Irgendwann setze ich mich auf eine Bank und starre auf eine gegenüberliegende Reihe von Fernsehern hinter Schaufensterglas. Fußball läuft. Wie der Ball von einem Spieler zum nächsten gepasst wird, lenkt mich zumindest einige Momente lang ab. Eine Chance. Er schießt. Dann schalten alle Fernseher um. Da ist das Haus, in dem sich meine Praxis befindet. Ich gehe näher ran, um das Ausmaß zu betrachten. Sie ist mittlerweile vollkommen aus Gold. Ich sehe mich um und schaue, ob irgendjemand noch hier ist, ob es irgendjemand bestätigen kann. Aber da ist niemand. Als ich wieder hinsehe, wird ein Tor geschossen. Ich setze mich wieder auf die Bank, starre auf die Monitore. Aber es bleibt bei Fußballwiederholungen. Ich schalte mein Smartphone wieder ein. Ich schalte mein Smartphone wieder ein. Ich schalte mein Smartphone wieder ein. Verpasste Anrufe von ein paar Bekannten, einige von Franziska. Auch ein paar Nachrichten und E-Mails, die ich ignoriere. Ich wische alles weg und starte den Browser, um die Nachrichten durchzusehen. Es ist extrem. Bilder von meiner Praxis und dem Umkreis. Alles ist aus Gold. Ich zoome heran. Die umliegende Goldfläche hat sicher schon einen Radius von über 100 Metern. Um das Haus von Herrn Dersilver mindestens genauso viel. Ich atme tief ein und aus und schließe den Browser wieder. Ich sollte mich der Polizei stellen. Nur um wieder eine Richtung zu haben. Irgendwohin. Wissen, was die Zukunft bringt. Ich habe alles verloren. Meine Praxis. Meine Frau. Meine Mutter. Mein Leben. Da ist nur noch dieses Gold. Es ist, als wäre mein Leben längst davon überzogen. Warum ich? Als der Morgen graut, sehe ich auf den Titelblättern der Zeitungen immer wieder Bilder von der Stelle. Hunderte Artikel. Überall werde ich erwähnt. Sie suchen mich. Ich halte mich von den Hauptstraßen fern. Mittlerweile verfolge ich einen Live-Ticker zu der ganzen Sache. Immer wieder neue Texte und Bilder. Alle paar Minuten schaue ich auf mein Smartphone. Irgendwann setze ich mich in ein Café mit einer Steckdose, weil mein Datenvolumen am Limit und mein Akku fast leer ist. Zum Glück geben sie mir ein Ladekabel. Zum Glück geben sie mir ein Ladekabel. Ich bestelle nur widerwillig etwas und werde auch nur widerwillig bedient. Ich stinke. Aber es interessiert mich nicht. Mich interessieren nur noch die Nachrichten. Gegen 16 Uhr erscheint ein Video. Ein Interview mit einem der Wissenschaftler, die das Phänomen untersuchen. Sie stehen nur knapp 100 Meter von dem Gold entfernt. Was ist das? Haben Sie eine Erklärung dafür? Fragt der Interviewer. Wir wissen es nicht, sagt der Wissenschaftler. Solchen Experte anscheinend. Es ist eine Art Virus, aber es wird nur durch Berührung übertragen. Ein Junge ist gestern an den Folgen gestorben. Aber vielleicht wird das der Schlüssel sein, um diesen Virus zu erforschen. Andere Menschen wurden in einem fortgeschrittenen Stadium in Quarantäne gebracht. Wir haben mittlerweile rausgefunden, dass sich das Innere der betroffenen Menschen und Gegenstände gleichzeitig langsam aushüllt. Ich denke, dass... Ich konzentriere mich immer mehr auf den Hintergrund. Wir bald eine Lösung haben. Falls nicht, werden wir auch die Randbezirke evakuieren müssen. Es ist mittlerweile weit in die Stadt eingedrungen. Hinten sieht man die Kirche. Das Rathaus. Alles vergoldet. Alles glänzt und ist so unendlich grell. Zwischen den Worten höre ich jetzt immer wieder ein Flüstern. Komm her. Komm her. Komm. Könnten Sie bitte Ihr Smartphone leiser machen? Andere Gäste? Ich schaue von meinem Display hoch und sehe die Kellnerin an. Wortlos schalte ich das Gerät aus. Sie lächelt debil und geht. In mir ein Gedanke. Ich denke an die Präsenz. Denke daran, wie meine Mutter mich angesprochen hat. Ich muss zurück. Dieses Gold entsteht wegen mir. Alle anderen sehen das nicht. Nur ich kriege alles mit. Die Nachrichten an mich. Die Worte. Alles. Herr der Silver ist zu mir gekommen. Es gibt andere Ärzte. Er hätte ins Krankenhaus gehen können. Das Gold ist zu mir gekommen. Herr der Silver war nur der Mittelsmann. Ich schlucke. Es breitet sich aus, um zu mir zu kommen. Das alles passiert nur, weil ich nicht da bin. Weil ich es nicht berühre. Ich hätte es anfassen sollen. Es will mich. Es mag für alle anderen gefährlich sein. Aber es geht um mich. Wenn es für mich gefährlich sein sollte, hätte ich mich doch längst angesteckt. Ich weiß nicht, was es mit mir vorhat. Aber ich weiß, dass es wegen mir da ist. Dass es wegen mir gekommen ist. Und es wird nicht aufhören, sich auszubreiten. Bis es mich hat. Bis ich bei dem Gold bin. Erst jetzt macht das alles einen Sinn. Es ist nicht so, dass ich keine Angst mehr habe. Aber es ist eine andere Angst. Eine gespannte Angst. Ich komme zurück. Flüstere ich und stehe auf. Es fühlt sich an, als würde das Gold breit lächeln. 13 Endstation, sagt der Schaffner, der gerade ins Abteil gekommen ist. Bis auf mich ist alles leer. Ich war so in Gedanken, dass ich gar nichts mitbekommen habe. Wir sind doch erst in Mühlendamm, sage ich, nachdem ich kurz aus dem Fenster geschaut habe. Mühlendamm ist Endstation. Die anderen Bahnhöfe bis Rußstein sind gesperrt. Ich nicke. Danke. Am Bahnhof hatte man mir gesagt, dass sie nicht mehr bis nach Rußstein fahren können. Staatliches Verbot. Anscheinend gibt es nun schon weitere Stationen, die nicht befahren werden dürfen. Aber das macht mir nichts aus. Ich kann gehen. Nachdem ich mein Gleis verlassen und es bis zur Autobahn geschafft habe, geht es leichter. Hier fahren nur noch vereinzelt Autos. Die meisten sind wahrscheinlich schon vor Stunden oder gestern abgehauen und der Seitenstreifen ist sicher genug. Mir wird nichts passieren. Ich muss schließlich zum Gold und das Gold muss zu mir. Ich laufe und laufe und laufe und laufe und laufe und laufe und laufe. Und irgendwann sehe ich es in der Ferne. Ich bleibe stehen, konzentriere mich. Das Gold. Die goldene Stadt. Alles für mich hergerichtet. Die Wolkendecke verschiebt sich. Alles glänzt im Sonnenlicht und blendet mich. Es ist viel schöner, als ich mir jemals hätte erhoffen können. Ich laufe weiter, wende den Blick nicht mehr ab. Das Gold wird mich empfangen. Die Nacht bricht an und zieht an mir vorüber. Aber ich weiß, das ist meine goldene Stadt. Sie wartet nur auf mich. Ich habe Schmerzen, aber das ist nicht mehr wichtig. Ich habe Hunger, aber das ist nicht mehr wichtig. Ich habe Angst, aber das ist nicht mehr wichtig. Selbst im Mondlicht ist die Stadt wunderschön. Irgendwann graut der Morgen und ich habe die Ausläufer der Stadt erreicht. Gut, dass du gekommen bist. Einen Moment zögere ich, doch dann laufe ich auf die goldene Fläche. Spüre, wie es auf meine Schuhe springt. Wie sie durchstoßen werden. Wie es in mich eindringt. In mein Fleisch. Meinen Blutkreislauf. Ich werde Teil der goldenen Stadt. Es fühlt sich gut an. Autos, Menschen, Bäume, Häuser. Alles vergoldet. Ich spüre, wie das Gold ganz langsam meine Füße besetzt. Aber ich kann noch laufen. Noch immer. Ich gehe immer weiter in die Stadt. Will dem Ursprung so nah wie möglich sein. Nur noch ein paar Schritte. Ich weiß es. Warum bist du hier? ruft jemand. Und erst suche ich vergeblich nach dem Ursprung der Stimme. Aber dann sehe ich es. Einer der vergoldeten Menschen in der Nähe lebt noch. Sein Gesicht und Teile seiner Brust sind gerade noch frei. Aber alles andere glänzt im Schein der Morgensonne. Das Gold hat mich gerufen, sage ich und lächle. Es ist alles gut. Nein, niemals. Das Gold hat mich gerufen. Das Gold hat mich ausgewählt, sagt der Mann. Und das Gold überzieht den letzten freien Rest seines Gesichts. Dann ist Stille. Das Gold hat mich gerufen. Vielen Dank.